Also das war wieder mal eine super spannende Folge. Also ich habe es ja schon gehört, ihr werdet sie jetzt gleich hören. Willkommen übrigens, ja, hallo. Und zwar hat der Sven nämlich bei uns gewonnen beim Game Jam und das war ein sehr spannendes Gespräch, weil er nämlich sowohl Art als auch Code beherrscht. Und das heißt, hier kommen alle auf ihre, wie heißt das, Glückdingsens. Also jeder hat was davon, das zu hören. Zugegeben, wir sprechen ein bisschen mehr über den artistischen Background und vor allem Pixelart und so, was ich aber auch sehr spannend fand, aber auch über die Ausbildung zur Fachinformatik und so. Also ja, ist für jeden was dabei wahrscheinlich. Also wenn man Art und Code mag zumindest. Ja, und es hat ungefähr, ich weiß gar nicht, so sechs, sechseinhalb Stunden oder so gedauert, Produktion mit Aufnahme und Schnitt und alles. Dreieinhalb Stunden Schnitt Minimum plus, naja, wahrscheinlich eher vier Stunden mit dem ganzen Social-Media-Kram noch dabei. Dem sei gesagt, vielen Dank übrigens an unsere Patreons. Wir haben jetzt 40, 40 Patreons. Ich hoffe, das geht nicht wieder runter. Manchmal ist es so, man freut sich dann über so einen Meilenstein und dann geht es doch wieder runter und dann, oh nein, und dann dauert es wieder ewig, bis der wieder erreicht ist. Aber wow, das ist wirklich, wirklich toll. Und übrigens, auf Spotify kann man jetzt irgendwie auch Podcasts bewerten. Also wenn ihr Bock habt, bei iTunes ein paar Sterne zu verwerfen, also nicht verwerfen, sondern uns zuzuwerfen, oder bei Spotify dann sehr gerne. Das ist natürlich immer gerne gesehen. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo zum GameDiff-Podcast, einer Sisa-Sonderfolge mit dem Sven. Hallo. Hallihallo. Und die Folge, du bist nämlich Gewinner. Jetzt müssen wir eine Fanfare einstellen. Und klatschen. Soll ich mir selber klatschen? Ja. Ja, das hört sich besser an, weil zwei Klatschen ist schon mal besser. Und du hast nämlich gewonnen, den ersten Platz beim ManaSoup und GameRepublic und GameDiff-Podcast GameJam. Yay. Yay. Genau. Bevor wir zu dir kommen, wer du jetzt genau bist und so, können wir nochmal ganz kurz umreißen, was es damit auf sich hatte. Also wir haben einfach nur eine kleine GameJam veranstaltet. Und da, weil wir, also wir haben auch überlegt, können wir da irgendwie einen kleinen Preis machen oder so. Aber es kann dann schnell ausarten, wenn da zum Beispiel Teams mitmachen mit zehn Leuten und die sollen dann alle einen Becher bekommen oder so. Dann ist das Porto und die Becher kosten plötzlich sehr, sehr hoch. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir so Soft-Prices vergeben. Und der erste Preis war halt ein Interviewchen hier beim GameDiff-Podcast. Und es gibt aber auch für, ich glaube, Platz 1 bis 3, glaube ich, oder 5. Also bis 5 gab es insgesamt Sachen. Ich glaube, bis 1 bis 3 war dann ein Artikel auf GameRepublic.de, wenn ich mich richtig entsinne. Genau. Und 1 bis 5 war, bei ManaSoup auf dem Discord-Channel werden dann die Projekte schön gezockt und vorgestellt. Genau. Und ja, und jetzt bist du hier. Freue mich. Das ist sehr schön. Ich bedanke mich auch vielmals für die Möglichkeit. Sehr nett. Ja, verdient. Du hast dafür hart gearbeitet. Ja. Und ich würde sagen, bevor wir zu dem Spiel kommen und wie der Game Gym für dich war und so, können wir aber erst mal, kannst du erst mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und wie du da zum GameDeffen kommst und so weiter. Ja, sehr gerne. Also erst mal, mein Name ist Sven. Also online bekannt auch als GreenPixels oder als Pic, wer mich über Discord kennt. Ich bin Pixel-Artist und mache Spielentwicklung als Hobby noch nebenher, bin aber hauptberuflich eigentlich Azubi in der Anwendungsentwicklung unterwegs. Ja, das wäre so das grobe Wort zu mir. Ich bin ein, ja, vielleicht ein bisschen neidisch, weil ich wollte auch Anwendungsentwicklung machen, aber habe, das gab es nicht dort bei uns in Leipzig damals, zumindest bei der Telekom nicht und dann habe ich Anwendungs, äh, da habe ich einfach trotzdem gemacht. Ob die wollen oder nicht. Mach deinen eigenen Job. Ähm, nee, äh, System-Integration. Ah. Das ist ein netter Kram. Aber eigentlich wollte ich auch lieber an, wenn ich so will. Wie ist es für dich so? Also, ähm, weil, weil ich wollte ja, hätte ja auch gerne so Creative und Gaming und so gemacht, aber Anwendungsentwicklung ist ja da doch eher so etwas, ähm, ja, äh, also nicht ganz so bunt und gamey, sondern eher so datenbanky, glaube ich, ne? Genau. Also, ähm, tatsächlich wollte ich auch niemals die Spieleentwicklung zum Hauptberuf machen damals, ähm, was auch der Grund war, warum ich in die Anwendungsentwicklung gegangen bin, weil es nun mal nicht so stark kreativ ist, was mir dann immer noch die Möglichkeit gibt, dieses Kreative als Hobby auszuleben. Ähm. Ähm, Anwendungsentwicklung an sich trotzdem hat mir riesen Spaß gemacht. Mach das auch bis jetzt noch. Ich bin schon im dritten Jahr und bald fertig. Ähm, und, ja gut, es ist jetzt nicht nur Datenbanken oder sowas. Es ist immer ganz darauf bezogen, in welcher Firma du arbeitest, in welcher Abteilung. In meinem, in meinem Fall spezifisch bin ich vor allem im Frontend unterwegs. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre so ein bisschen verändert und mache dann, ja gut, ja, auch Datenbanken. Doch, also eigentlich, da kam es doch gerade wieder in den Kopf. Ja, doch, auch Datenbanken mit unter, also, angefangen haben wir, also, es war wirklich, wie so eine Ausbildung sein sollte, ne? Das heißt, du hast deinen Betreuer, deinen Ausbildungsbetreuer, der geht hin und gibt dir verschiedene Fachaufgaben. Hat angefangen mit, ja, mach mal ein bisschen HTML. Ja, okay, das klappt, mach mal ein bisschen JavaScript, mach mal ein bisschen dies, mach mal ein bisschen das und dann hast du diesen ganzen, wie würde man sagen, so eine Roadmap an Sachen, die du abhaken möchtest, damit du dich wirklich so als Fachinformatiker nennen kannst, ja? Und, ja, das ging halt, wie gesagt, von Frontend bis ein bisschen Backend mit Java und Datenbanken, dies, das, also ein bisschen von allem, ja. Aber sag mal, Frontend, also Backend ist klar, das ist so der ganze Hintergrundprozess, aber Frontend, ist das nicht eher so, so UI und so? Ja, genau, also, nein, also es geht hier auch so ein bisschen darum, Client und Server-Side, aber so kann man das auch sagen, Frontend, da habe ich mich halt hauptsächlich, wie schon gesagt habe, mit HTML und mit React hauptsächlich gekümmert und an der Front der Software gearbeitet, ne? Also, was der Kunde dann auch direkt sieht. Ja, okay, und wieso ist da eine Datenbank drin, also? Genau, das kam dann später, das war dann nicht mehr im Frontend, später hieß es dann, ja, wir kümmern uns ums Backend, mach dir und die Aufgabe und dann waren dann auch Datenbanken dabei. Ach so, ich dachte schon irgendwie, keine Ahnung, das, ja, ich weiß auch nicht, wie deine Datenbank da ins Frontend rutscht, kommt. Hoffentlich nicht, das wäre schlimm, das wäre eine SQL-Injection oder sowas, das wäre schlecht. Drop Table, Username. Genau. Was ist denn deine Lieblingsfarbe eigentlich? Oh, meine Lieblingsfarbe, oh, schwer, man kann es kaum erraten. Naja, es ist tatsächlich grün, wie mein Username das schon sagt. Ich hoffe, dass das für immer so bleibt, sonst habe ich einen sehr unpassenden Namen. Aber ja, grün ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Ich hatte genau deswegen jetzt auch gefragt, ich dachte nur, irgendwie denke ich, wenn es um grün geht und um Computerpixel, dann habe ich sofort Greenscreen im Hinterkopf und denke dann an irgendwie so Videobearbeitung, also Greenscreen und dann Sachen aus, wie heißt das? Key, Keying ist das, wenn man, Colorkey, genau. Also wenn man im Video-Dings den grün rausschneidet und was da ersetzt oder so. Und ich dachte, vielleicht ist da irgendwie so ein Geheimnis, dass du, weiß ich nicht, ich würde mich mega freuen, hätte ich tatsächlich so tief gedacht. Aber ich muss leider zugeben, bei Namenbenennung bin ich wirklich die unterste Schublade schon immer so gewesen. Ich glaube, für eine lange Zeit hatte ich auch online bei irgendeinem Spiel, als ich gespielt habe, den Username Strich Unten, gefolgt von einem Strich Unten. Also es war wirklich absolutes Chaos und es ist noch nie besser geworden. Also meine Usernames sind ganz dran schlimm. Okay, aber den finde ich tatsächlich ganz kreativ, Strich Unten. Hätte ich den unten müssen, Mist. Ich muss ja sagen, ich bin auch ein Fan davon, Deutsch und Englisch zu mischen, denn damit ist man relativ sicher, dass es den Username nicht gibt. Und dann hat man selbst bei populären Spielen immer relativ, also Green Pixels zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass es das schon öfters gibt jetzt auf Plattformen. Aber wenn du jetzt mal sagen würdest, Grün Pixels mit UE vielleicht, dann wärst du da, glaube ich, sicher. Definitiv, aber da hast du immer das Problem und das hatte ich schon tatsächlich bei Freunden, die das so gemacht hatten, die solche Usernames hatten. Da wissen viele von außerhalb nicht, wie sie das aussprechen sollen. Vor allem UE oder sonst irgendwelche Umwelte, das ist ganz großes Drama für viele Leute. Das stimmt, ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte nämlich hier, ich habe dich ja gestalkt. Genau. So, hier, dein erstes Pixelbild, was du jemals gepostet hast in 2018 auf Twitter. Das ist so ein Haufen von kleinen Pixelskelettköpfen und eine Fahne drauf. Also, in dem Bild, muss ich jetzt mal ganz kritisch anmerken, ist nicht ein Pixel grün. Das stimmt. Ja, also, es ist tatsächlich sehr unbekannt leider noch, dass ich auch Pixel platziere, die nicht grün sind. Ja, das war tatsächlich aber auch gar nicht mein erstes Bild. Es ist mein erstes Bild, das ich auf Twitter hochgeladen habe, glaube ich. Aber Pixelart selber, das allererste Mal, wo ich das gemacht habe, war, ich glaube, 2016. Da war ich so ein bisschen geprägt von diesem Spiel von dem Tobi. Fox hieß er, glaube ich, Undertale. Da habe ich das erste Mal Pixelart versucht. Ja, das war so das erste Bild, das ich gemacht habe. Das war so ein Sans, das ist der Charakter von dort, und ein Flowey, das ist der Antagonist in diesem Videospiel. Sah furchtbar aus. Jetzt hast du es gespoilert. Upsi. Also, wirklich, das darf man doch noch nicht wissen. Naja. Gut, aber hoffentlich haben wir das sowieso alle. Das schneiden wir raus, das schneiden wir raus. Genau. Übrigens, ich habe auch gesehen, du bist ja recht umtriebig bei verschiedenen Social-Media-Plattformen. Oh, ja. Also, man kann dich auf Twitter finden, auf Edge of DeviantArt, YouTube natürlich auch. Ah, und du warst doch mal auf Twitch aktiv. Mhm. Aber den Kanal gibt es nicht mehr. Und da habe ich mich natürlich gefragt, so, oh, 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 was ist das? Gibt es da ein Drama zu erzählen, was wir hier ausgraben können oder so? Auch hier würde ich sagen, ey, es würde mich freuen, wenn ich dir ein tolles, spannendes Drama erzählen könnte. Aber das geht alles zurück auf diese sehr schlechte Namensbindung, muss ich sagen. Und zwar glaube ich einfach, dass der Link, den du hast, entweder ein Account ist, den ich mal gemacht habe, wo mir der Name nicht mehr gefallen hat, oder der Link nicht mehr funktioniert, weil ich nun mal meinen Namen auf Twitch geändert habe. Aber es ist nicht falsch, also ich habe gestreamt auf Twitch, und zwar war das zu der Zeit, als ich, glaube ich, noch kein Pixel-Art gemacht habe und ich traditionelle Kunst, oder beziehungsweise nicht traditionelle, sondern digitale Kunst gestreamt habe für eine Weile. Mhm. Okay. Ja, da wollte ich ja nämlich auch noch fragen, eigentlich kommt das erst später, aber ich habe mich nämlich gefragt, wie du eigentlich zur Pixel-Art gekommen bist. Jetzt habe ich einen Rhythmus-Raport gemacht, verdammt. Ach, alles gut, alles gut. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen ein sehr wilder Mix und dies und das, aber die Grundidee ist eigentlich, dass ich schon mein ganzes Leben lang zeichne. Also ich habe traditionell gezeichnet, schon als kleines Kind, ich erinnere mich noch ganz gut, das allererste Bild, das ich gezeichnet habe, das hat meine Mom noch irgendwo in einem Ordner tief vergraben, war ein Haus, oder beziehungsweise unser Haus, wo ich die tolle Addition hinzugefügt habe, dass man vom Dach aus über ein Sprungbrett in einen Pool unten im Garten runterspringen konnte. Mhm. Tolle Architektur, Kunst. Das war das erste Bild, das ich gemalt habe. Ich frage mich nicht, wie alt ich da war, ganz, ganz klein. Und ja, seitdem eigentlich schon mein ganzes Leben lang irgendwas mit Kunst zu tun gehabt. Immer mal wieder gezeichnet, dann Aquarell versucht, alles, Wasser mal, alles, alles. Ja, okay, aber wie kommt es denn dann zur Anwendungsentwicklung? Also es klingt jetzt eher so, als hättest du dich dann lieber für ein Kunststudium einschreiben sollen oder so, aber also irgendwie hat sich das ja dann anders entwickelt. Ja, ganz wild. Ja, ganz wild. Also es ist einfach schon immer so gewesen, dass ich alles mal ausprobieren wollte. In den tiefsten Ecken des Internets, wenn man lange genug sucht, findet man Voice Acting, findet man Let's Plays, findet man alles irgendwo, was ich nicht noch nicht löschen konnte. Was mir vielleicht ein bisschen unangenehm war. Und ja, also irgendwann, als ich die Fachoberschule gemacht habe, also Schlag mich tot 2016 oder sowas, da habe ich so eine sehr große Selbstfindungszeit gehabt, wo ich ganz, ganz viele Sachen ausprobiert habe. Also wirklich alles Mögliche. Und darunter war dann halt auch tatsächlich die Spieleentwicklung. Ich hatte so ein bisschen Programmierhintergrund tatsächlich, als ich 2013 noch irgendeine Schule gemacht habe und da auch so ein bisschen mehr Zeit an der Seite hatte. Und da wollte ich auch Programmieren ausprobieren. Aber da war Programmieren einfach noch viel zu schwer. Ich weiß noch ganz genau, da war ich vor dem Thema Arrays. Und dann war ich so, ah, okay, cool. Nö. Dann habe ich alles ausgemacht, deinstalliert, alle Compiler runtergeschmissen, war so, da hört es auf bei mir. Da möchte ich nicht mehr. Und irgendwann 2016, da kam ich dann zu GameMaker. Das ist eine Software, die es einem erlaubt, relativ einfach Spiele zu entwickeln. Es gibt da zwei Ansätze dabei. Ende dann mit diesem Drag-and-Drop-System, so wie man das manchmal baue. Ich schlag mich tot. Ich glaube, bei Unity, so über Node-Systems kannst du die Nodes ziehen. Das gab es so bei GameMaker auch. Oder man benutzt dann halt die GML, GameMaker Language. Das ist eine Scripting Language. Und die ist so einfach, dass die für mich einen sehr guten Programmier-Einstieg geboten hat. Und als ich dann halt, ja, 2016, 2017 mich darauf sehr fokussiert habe, hat das extrem viel Spaß gemacht. Wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und dann kam die Entscheidung, ja, sowas in der Richtung mit Entwicklung würde ich schon gerne machen. Das ist interessant. Was war denn das für eine Sprache, wo du bei den Arrays gedacht hast, nee, komm. Das war Java. Da habe ich tatsächlich mit Java angefangen. Da habe ich mich durchgefokust durch die Web-Lektüre. Java ist auch nur eine Insel. Und ja, hat einfach nicht gereicht. Also da habe ich versucht, ich weiß noch ganz genau, da habe ich einen Kollegen gefragt, der so ein bisschen in der Anwendungsentwicklung war. Ich war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sogar im Studium. Und der hat mir das so richtig hochmutig erklärt. Und war so, ach, ganz einfach, so und so und so und so. Also Kopfnicken, mhm, mhm, ja, nee, keine Ahnung. Und dann aufgehört, ja. Ja, vielleicht liegt das an Java. Keine Ahnung. Weil ich habe ja auch meine Probleme gehabt mit Programmierung. Ich hatte mit Creasing angefangen und dann über Pascal und habe dann auch gemerkt, dass so, ja, mir Sachen irgendwie zu hoch waren. Und ich wollte sie dann selbst machen. Und dann habe ich das aber nicht geschafft und bin da nie weitergekommen. Also mein, mein, mein größter Fail ist da eine Linienfunktion zu schreiben. Also die einfach nur eine Linie auf dem Bildschirm zeichnet. Das habe ich nie hinbekommen, tatsächlich. Und deswegen bin ich auch nie über diese Statue hinausgekommen. Und hätte dann ja vielleicht, keine Ahnung, hätte ich das hinbekommen, hätte ich vielleicht so kleine Bilder malen können oder so. Aber habe ich nicht. Ja, klar. Aber Aries hatte ich damals tatsächlich durchaus genutzt. Und ich glaube, es war noch ein bisschen nervig, dass die nicht dynamisch waren. Man musste immer vorher wissen, wie viele Elemente man am Ende haben möchte. Und dann hat auch nicht mehr reingepasst. Super nervig. Das war auch so ein Konzept, das ich gar nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt. Ja. Sehr unflexibel, die Sprachen. Genau. Und dann bist du zu Game Maker gekommen. Aber du hattest eben noch die FOS, also die Fachoberschule erwähnt. Aber jetzt frage ich mich gerade, die war, du hattest, weil du machst jetzt eine Ausbildung und hast davor, die warst an der Fachoberschule. Was ich interessant finde, aber bei mir war es andersrum. Ich habe erst die Ausbildung gemacht und dann habe ich gedacht, okay, ja, was mache ich denn jetzt? Und dachte mir, falls ich später mal studieren möchte an einer, wie heißt das? Fachhochschule, ne? Fachhochschule, genau. Da mache ich das einfach mal direkt im Anschluss. Und weil ich die Ausbildung schon hatte, durfte ich die FOS in einem Jahr machen. Normalerweise dauert die ja zwei. Mhm. Wie war das bei dir? Also warum die Reihenfolge, wie es jetzt bei dir ist? Und ja. Ja, das ist, also sowieso, da habe ich dir auch schon geschrieben, Schule ist so ein Riesenthema bei mir gewesen. Also im Gegensatz zu vielen anderen habe ich auch eine sehr lange Schullaufbahn gehabt. Aber jetzt sind es bald, wenn wir die Berufsschule dazuzählen, irgendwo bei 13 Jahren, 12 Jahren. Und bei der Fachoberschule war das so, dass ich mich dafür entschieden habe, weil ich mir einfach noch nicht sicher war, was ich wirklich machen möchte beruflich. Ich finde, so eine Ausbildung ist tatsächlich viel mehr Commitment als ein schulicher Weg. Und in irgendeinem beruflichen Umfeld zu sein und dann irgendwo mittendrin zu sagen, ja, Jungs, tut mir leid, gefällt mir wirklich nicht. Danke fürs Geld bisher, aber ich bin raus. Und der Gedanke hat mir echt gar nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, erstmal diese Fachoberschule Design zu machen. Einfach, ein Design war es einfach nur aus dem Stehgreif von, ja, ich zeichne gern, wird schon irgendwie passen und das hat es im Endeffekt auch. Ah, okay, weil meine war nämlich Fachrichtung Technik. Das war nicht so toll. Ganz viel Physik und ich war sehr, sehr schlecht. Na, ich muss tatsächlich sagen, Fachoberschule Design, das klingt jetzt furchtbar und vielleicht projiziert das ein schlechtes Bild auf mich, aber das war sehr gemütlich. Das war wirklich sehr gemütlich. Hätte ich auch machen sollen. Ja, also ich glaube, wir haben angefangen, die Fachoberschule mit Kurvendiskussion in Mathematik und haben aufgehört in der Fachoberschule mit Kurvendiskussion. Und das war wirklich auch das Größte, was gemacht worden ist in irgendeinem wirtschaftlichen Bereich und der Rest war wirklich eigentlich nur Zeichenstunde. Also, okay, aber das ist doch cool eigentlich. Ja, das war nicht böse gemeint. Time of my life. Nee, 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 aber ist ja toll. So, warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, weil, also du bist noch diese, weil du hast schon immer gemalt und gezeichnet. Du warst dann auf der Design Hochschule oder Fachhochschule? Nee, Fachoberschule. Fachoberschule, ja. So, aber, und dann hast du, nee, aber wie kam es jetzt noch mal zu der Spielentwicklung? Weil du hast eben gemeint, du wurdest dadurch auf die Spielentwicklung aufmerksam, aber wo ist das dann passiert? Genau. Also, tatsächlich, ich habe ja in der Fach, okay, das ist ja tatsächlich so ein bisschen backwinding, da muss man ein bisschen zurückgehen. Also, bei der Fachoberschule ist das so, dass du Praktiker brauchst, um diesen vollwertigen Fachoberschulabschluss zu haben. Und im Designbereich, ich weiß nicht, wie das bei den anderen saarländischen Schulen ist und wie die anderen Bereiche da sind, aber da ist das so, dass du vier Praktiker machen musst in verschiedenen Bereichen. Also, das sind tatsächlich vorgegebene Bereiche und da habe ich ein Praktikum gemacht in der Metallgießerei, da habe ich ein Praktikum gemacht in der Schreinerei und ich habe ein Praktikum gemacht im Mediadesign. Tatsächlich eine der Wege, also Mediadesign wäre tatsächlich einer der Ausbildungsberufe gewesen, die du einschlägst nach so einem Fachoberschuldesignabschluss. Und ich hatte dann, und da hatte ich auch schon vorher ewig viele Praktiker und ich hatte so ein ziemlich gutes Bild davon, wie dieses ganze Berufswesen aussieht, sowohl im Handwerk als aber auch im Design. Und habe dann für mich entschieden, ja, also ich mag den Kurs nicht so, auf den es gerade losgeht. Und tatsächlich bin ich dann wieder so ein bisschen in so einer Selbstfindungsphase privat gewesen und geguckt, ja, was kann ich denn noch so machen? Und dann kam das halt wieder so ein bisschen in den Kopf, dass ich damals doch Java gemacht habe. Und dann so, ich stelle mir das gerade vor, wie du so zitternd im Bett liegst und so schreiend aufwachst, wie aus einem Alf drauf. Oh, Java! Ja, nee, und dann habe ich nach Möglichkeiten geguckt, was man denn so machen kann, programmiertechnisch. Und ich kann dir leider auch gar nicht mehr genau sagen, wie es genau zur Spieleentwicklung kam. Ich weiß, also damals mit Java habe ich auch schon Spiele entwickelt. Es ist halt einfach das greifbarste Konzept, das du machen kannst, wie du solche Sachen anwendest, praktisch. Und da geht einfach Spiele am besten hin zum Lernen. Und ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie es mit GameMaker kam. Ich glaube, das war einfach nur eine kostenlose Software und kostenlos ist genau der Preis, den ich gesucht habe. Und ja, hatte sehr viel Ressourcen, mit denen man lernen konnte. Und parallel zur Fachoberschule habe ich mich dann halt darauf konzentriert. Und da kam es dann auch zum Pixelart. Das war auch genau die Zeit, wo es zum Pixelart kam, weil nun mal für diese Spieleentwicklung man Ressourcen brauchte. Und GameMaker ist spezialisiert für 2D-Anwendungen, 2D-Spiele. Und ja, mit meinem kreativen Hintergrund, Fachoberschule Design und Schlag mich tot, war ich dann so der Meinung, ja, dann machst du diese ganzen Ressourcen, diese ganzen grafischen Ressourcen noch einfach selber. Und so bin ich dann in Pixelart reingekommen. Ah ja, das erklärt natürlich vieles, weil ich finde deine Pixelart auch schon vor allem, die finde ich sehr stark. Und habe mich dann gefragt, hm, woher kommt denn dieses ganze artistische Wissen da, das kommt doch nicht von ungefähr. Ja, jetzt erklärt sich das alles. Vielen Dank, ja. Ah, okay. Und warte mal, du hast es hier in den Notizen. Okay, genau, so. Das heißt, du kannst, du konntest schon programmieren während dieser Fachoberschule. Und das heißt, du hättest dir danach sagen können, okay, ich bewerbe mich zum Beispiel bei einer Firma für Grafik oder, weiß ich nicht, machst dich selbstständig als Indie und Westreich oder so, was man halt so macht. Aber nein, du hast gesagt, ich mache jetzt noch eine Ausbildung. Genau, richtig. Also, weil dann halt diese Begeisterung beim Entwickeln war, also bei der Anwendungsentwicklung, bei der Spieleentwicklung. Aber ich gemerkt habe, dass da meine Grenzen aufgewiesen werden. So, also ich habe Spiele machen wollen mit System, wo ich war, ja, wie mache ich das eigentlich, wie setze ich das eigentlich um? Und wir haben einfach logische Prinzipien gefehlt. So, und da war der Gedanke, ja, Entwicklung macht mir Spaß, Entwicklung möchte ich weitermachen und dann möchte ich mich weiterbilden. Also, wieso denn eigentlich nicht die Anwendungsentwicklung? Und da ich zu dem Zeitpunkt gerade in die Hauptstadt Saarbrücken im Saarland gezogen bin und dort viele Möglichkeiten hatte, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, hat sich das perfekt angeboten. Und da habe ich dann die Ausbildung angefangen und es war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Hat mich genau in den Bereichen weitergebildet und mir so eine richtig gute Grundlage gegeben, da dann weiterzumachen. Okay. Was war denn das zum Beispiel? Weil, also, was waren denn das so für Bereiche, wo du gesagt hast, ah, das fehlt mir? Oder hätte ich das früher schon gehabt, hätte ich meine Spiele fertig gemacht, besser gemacht? Es ging hierbei mehr um, wie man einen Algorithmus implementiert. Ja. Oder wie du, wir haben einfach diese fundamentalen Sachen gefehlt, die du in dieser Ausbildung vermittelt bekommst. Großes Teil davon ist logisches Denken oder wie du dir ein Projekt aufbaust, wie du damit umgehst und wie du es planst. Sollte Sachen, ich bin ziemlich hirnlos oder kopflos in diese Sachen gestiegen, habe einfach endlose, endlose Produkte und Projekte gemacht, die, ich weiß nicht, ich wollte zum Beispiel ausprobieren, ja, wie mache ich denn einen A-Star-Algorithmus, also einen Path-Finding-Algorithmus, einen Algorithmus, bei dem Gegner den Weg zu einem bestimmten Ziel finden. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass ich da richtig, richtig Probleme hatte. Ich glaube, ich hatte das viermal aufgehoben und wieder hingelegt mit dem Denken, ach, das wird irgendwann, aber jetzt gerade ist es nicht und das wird irgendwann, jetzt gerade ist es nicht. Und ich glaube, innerhalb der ersten paar Monate, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe, und mich dann nochmal drangesetzt habe, war das fest und dann hatte ich das auf einmal. Da waren einfach schon diese Sachen vermittelt. Okay, aber es lag jetzt nicht nur daran, dass du dann einfach mal durchgezogen hast, sondern schon auch an, keine Ahnung, irgendwelche Mathematik, die da dir beigebracht wurde. Weniger die Mathematik, du musst ja diese ganzen Sachen nicht selber ausrechnen, sondern es geht dabei eher um, ja, wenn dir ein Algorithmus abstrakt erklärt wird, dass du weißt, wie der dann implementiert wird. Aber was du tippen musst, wirklich? Genau, ja. Ah, ja, ja. Dass du das Abstrakte in tatsächlich etwas Greifbares umwandeln kannst, dieses logische Denken, das du dafür benötigst, das wird dir in dieser Ausbildung vermittelt. Ja, das ist manchmal nicht einfach, weil manche Sachen kannst du ja sehr einfach auch, also die meisten Sachen kann man ja sehr einfach erklären. In dem Fall ist halt, naja, hier, du siehst doch das Labyrinth und jetzt soll der Gegner von da nach dort laufen, ist doch ganz klar. Du malst in die Linie rein, aber das dann mathematisch auszudrücken, ist natürlich dann anspruchsvoller. Klar, und bei mir war das auch immer schon so, dass es mir nicht gereicht hat, wenn ich dann Code X von Person Y abgetippt habe, und dann hat es funktioniert und dann hat man sich gefreut. Nee, das hat mich immer sehr geärgert, im Gegenteil, weil das hat mir so bewiesen, ich habe es nicht verstanden. Und wenn ich es nicht verstanden habe, dann bin ich immer so ein bisschen eingeschnappt oder wütend geworden. Immer so nicht was. Sehr erwachsenes Verhalten. Ich stelle mir gerade dieses GIF vor von diesem einen Typ, der im Büro arbeitet und dann sein Bildschirm plötzlich rausschmeißt. Ja, genau, genau. Ja, nee, also überhaupt dieser ganze Programmierfahrt und dieser ganze Fahrt, um auf den Stand zu kommen, wo ich derzeit bin, war sehr frustrierend. Also das sei auf jeden Fall gesagt. Man steht oft vor Problemen, Algorithmen oder Prinzipien, die man verstehen möchte, aber irgendwas klickt nicht. Es fehlt einfach dieser Moment, wo es klickt. Und wenn man den nicht hat, das kann einen sehr verärgern, auf jeden Fall. Ja, ich habe mittlerweile, ich fahre zwei verschiedene Pfade. Der eine ist, ich will lernen, und der andere ist, ich will ein Projekt abschließen. Und wenn das Ziel des Projekts wichtiger ist, dann bin ich okay damit zu sagen, hey, okay, ich übernehme jetzt erst mal die Arbeit von jemand anderem, wenn mich das näher an mein Ziel bringt. Keine Ahnung, in ganz verschiedenen Phasen. Das kann auch irgendwie in Houdini sein. Du willst irgendwie da was haben und musst da auch was kleine Skripten oder so. Und keine Ahnung, wie es genau geht. Okay, übernehme ich jetzt erst mal das aus dem Forum oder so. Weil ich habe gemerkt, wenn man das dann öfters verwendet, dann gewöhnt man sich so ein bisschen an die Syntax und versteht immer ein bisschen mehr, was da eigentlich passiert. Und irgendwann macht es vielleicht doch Klick oder irgendwann versteht man das und hat aber das schon mal gesehen. Aber wenn ich in dieser Phase bin, ich möchte aber wirklich gern verstehen, weil was ich jetzt mache, ist um das Lernens willen und nicht nur, um das Ding jetzt fertig zu kriegen, dann mag ich das auch lieber wirklich zu sagen, nee, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Ich will das wirklich ganz verstehen und das probiere ich erst mal aus. Und ein Weg für mich kann dann auch oft sein, ich übernehme den Code zum Beispiel und dann versuche ich rum. Dann trage ich irgendwelche anderen Sachen ein und nähere mich dem so spielerisch an, sozusagen. Absolut, klar. Anderen Code anzuschauen und daraus zu lernen, ist auch so ein ganz großes Ding, das man benutzen kann, um weiterzukommen. Ja. Ich meine, das ist ja auch so fast schon ein bisschen traditionell, denn früher, als es noch nicht Internet gab, wurden ja ganze Codelistings in Spielezeitschriften zum Beispiel abgedruckt. Und dann konnte man das abtippen, Zeile für Zeile, und hat so eine kleine Kopie gemacht. Und dabei sieht man ja auch schon mal diesen ganzen Code und kann sich dem dann so ein bisschen annähern vielleicht. Mhm. Ja. Okay, das ist ja spannend. Da bist du also dann jetzt eben dort bei der Fachinformatik. Mhm. Ja, hast du denn schon, was ist denn dein Plan für danach? Also, ist ja jetzt schon bald, ne? Ja, also tatsächlich bin ich aus dem Saarland rausgezogen und wohne jetzt zusammen mit meiner Freundin seit einem Jahr, glaube ich, hier in Hessen. Das heißt, ich hätte tatsächlich ein paar Möglichkeiten gehabt, in Saarbrücken zu bleiben und dort nach der Ausbildung weiterzuarbeiten, als aber auch dort ein Studium anzugehen. Und jetzt habe ich einfach die Orte geändert. Das heißt, ich würde wahrscheinlich hier studieren und würde parallel nach einer Beschäftigung suchen. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, bei mir in Betrieb weiterzuarbeiten während dem Studium, werde ich das natürlich machen. Ist es aber nicht so, dann werde ich einfach irgendeine andere betriebliche Tätigkeit machen. Aber jetzt erst mal auf dem Plan steht das Studium. Ah, okay. Das wäre dann Astrologie, ne? Genau. Ja. Nee, also ich würde sehr wahrscheinlich die Fachinformatik weitermachen. Das heißt, praktische Informatik. Es reizt mich auch so ein bisschen, die Medieninformatik auszuprobieren, weil du da so ein, ich bin ja so ein ganz großer Fan von einfach Sachen ausprobieren und da hast du nochmal so ein bisschen 3D-Modellierung. Du hast nochmal das und dies und das. So ein bisschen von allem drin. Aber tatsächlich habe ich von vielen Leuten gesagt bekommen, Medieninformatik ist noch so sehr jung und sie würden es nicht unbedingt weiterempfehlen. Und man ist tatsächlich, wenn man wirklich was für die Informatik lernen möchte, besser aufgehoben in dem Feld der praktischen Informatik. Da spalten sich die Geister, aber da würde ich wahrscheinlich erst mal das machen. Ich hatte nichts damit zu tun, aber ich habe gerade dieses Bild vor meinem Kopf, wie sich ein Geist spaltet und ich frage mich, ich frage mich, woher dieses Sprichwort eigentlich kommt. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke und eine sehr gute Frage, aber die kann ich ja leider nicht beantworten. Bank is to the topic. So, jetzt bist du auf jeden Fall, ich muss sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn du irgendwann wie ich im VFX-Bereich landest, denn dort kombiniert man ja auch Logik-Code und so mit Art. Und das ist relativ selten. Die meisten Leute machen halt mehr Code, die anderen machen mehr Art. Und diese Mischung und der Spaß an beiden, der endet dann oft in so Technical Artists oder VFX-Leuten oder so. Ja. Aber bin ich gespannt, wo es dich dahin treibt. Mich auch. Aber auf jeden Fall hat dich dieses Skillset in unseren Game Jam getrieben. Mhm. Und ich habe aber gehört, dass du das nicht schon Wochen vorher geplant hast. Shame on you übrigens. Wir haben das ja drei Monate vorher angekündigt. Und da habe ich natürlich erwartet, dass du dann direkt sagst, ach, guck mal da, das ist ja eine super Chance. Ja, noch heute trauere ich im Bett. Nein, aber du hast dich, glaube ich, spontaner entschieden, als man denken würde. Ja, also tatsächlich war das ja mein, in Anführungszeichen, erster Game Jam. Also ich habe irgendwann, schlag mich tot, 2015, 2016, also meine Anfänge von Pixel Art, mal einen Game Jam versucht mit zwei fremden Leuten aus dem Internet. So, das war einmal ein Programmierer in seinen Anfängen und einmal ein professioneller Sounddesigner, Sound, ein Musikant. Also wirklich der... Ein Musikant, oh, das finde ich schön. Das ist eine schöne Suche. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich meine, der Herr hieß Sweet Boy Music. Wundervoll. Also der hat wirklich tolle Sachen gemacht. Und wir haben versucht, ein Spiel zu machen für einen Jam. So, das ist aber absolut nach hinten gegangen, weil der Grundgedanke von diesem Jam bei uns war, ja, wenn wir wollen, machen wir weiter. Wenn nicht, lassen wir das. Und jeweils alle drei von uns haben uns für Letzteres entschieden. Wir haben nicht weitergemacht. Das heißt, irgendwo so mittendrin war das Ding halbfertig und es wurde hochgeladen. Es war absolut furchtbar. Keiner war wirklich stolz drauf und im Endeffekt haben wir es gelöscht. Da war gar nicht viel Arbeit dahinter. Es war auch gar nicht so wirklich dieses Game Jam-Feel. War einfach keine schöne Erfahrung. Und wie gesagt, das war schon jetzt einige Jahre her. Also mindestens drei, mindestens vier, irgendwas so an dem Dreh. Und seitdem habe ich auch nichts mehr mit Game Jam am Hut gehabt. Außer, dass ich immer mal wieder diese Ludum der Challenge-Videos gucke von verschiedenen Game Devs. So diese ganzen Videos, die man so hat, wenn man so Game Dev-Content guckt auf YouTube. Und ja, irgendwann hat es mich mal mitgerissen. Also auch gar nicht so lang her, logischerweise. Und an irgendeinem Freitagabend war ich so, oder war es Freitagabend? Mittagmorgen, glaube ich, muss es ja gewesen sein. War ich so, ja, da scrollst du doch einfach mal durch die ganzen Jams von Itch.io. Und Mana Soup-Seite, Itch-Seite war sehr schön dargestellt. Es war wirklich professionell dargegeben. Toll ausgeführt, tolle Community schon auf den ersten Blick, als ich dann auf den Discord rejoined bin. Und in erster Linie war ich ja gar nicht so, dass ich mitmachen wollte. Ich war so wirklich auf dem, auf der Linie soll ich, soll ich nicht. Und habe dann auch gepostet, in diesem Teamsuch-Channel, hey, bräuchte jemand wen zum Pixelarten? So. Und da kam dann keine Rückmeldung, weil du jetzt schon sagst, weil du jetzt schon sagst, das stand schon lange Zeit an, gehe ich einfach mal davon aus, dass nicht jeder mich gehasst hat, sondern, dass die Leute wahrscheinlich schon ihre Teams hatten. Verständlicherweise. Ich habe wirklich sehr kurzfristig gefragt. Also, es war wirklich ein paar Stunden davor. Du meintest, es war Samstagmorgen, ne? Samstag, nee, Samstag kann ja gar nicht sein. Freitag. Freitag. Freitagmorgen, okay. Nee, weil, das hätte ich gesagt, genau, wir haben ja Freitagabend angefangen. Dann wäre es noch logischer gewesen, dass alle Teams schon gebildet worden sein, gekonnt hätten. Aber, ja, okay, dann warst du Freitagmorgen. Okay, naja, die Channels sind schon archivt, sonst hätte ich gerade nachgeguckt. Aber, ja, genau, also irgendwie Freitagvormittag oder sowas. Und, wie gesagt, keine Resonanz, leider. Aber dann habe ich auch rausgefunden, dass wir an diesem kommenden Samstag, also an diesem Samstag, also den Tag danach Besuch bekommen würden, wo ich dann von Samstagmorgen bis Samstagabend gar nicht da wäre. Und dann war also, okay, dann hat sich das erledigt, dann mache ich bei dem Game Jam nicht mit. Und dann habe ich auch da durchgekreuzt, habe gesagt, jo, falls irgendwer wen braucht, wo dann aushelfen kann, wenn da irgendwie Hilfe gebraucht wird oder sowas. Ich bin zwar morgen nicht da, aber ich kann bestimmt das und das machen. So habe ich den Post dann abgeändert. Und dann war ich so, okay, Abfahrt. Und dann, das Announcement von dem Team ging noch ein bisschen hin. Und dann habe ich mich dann doch entschieden, mitzumachen, bevor das Team announced wurde. Oder ich glaube, kurz nachdem das Team announced worden ist. Und zwar alleine. Weil ich dann nicht wollte, dass, wenn ich dann Samstag fehle, ich irgendein Team wegziehe oder runterziehe, weil ich dann auf einmal weg bin. Und so habe ich die ganze Verantwortung nur auf meinem Nacken, wenn ich dann doch nichts fertig bekomme. Ja, das heißt, effektiv habe ich dann Freitagabend, als das Team announced worden ist, glaube ich, vier oder fünf Stunden dran gearbeitet. Und dann war ich den Samstag weg. An dem Samstagabend habe ich dann noch ein bisschen dran rumgedudelt. Und am Sonntag um 6 Uhr habe ich das dann in den Kasten geschickt, glaube ich. Genau. Und du kannst ja auch mal ganz kurz beschreiben, was da eigentlich rausgekommen ist. Die ganzen Leute, die uns zuhören, werden jetzt schon sich fragen, was ist dieses ominöse Spiel, was da gewonnen hat? Dieses ominöse, legendäre Spiel. Genau. Ja, das Theme war ja, es war einmal ein sehr schönes Film, wie ich finde. Und man kann das so direkt, oder beziehungsweise ich habe das dann direkt so auf Märchen bezogen. Und da ich ja schon relativ viele Projekte in Richtung Spieleentwicklung gemacht habe, würde ich einfach mal meinen, dass ich einschätzen kann, was ich in welchem Zeitrahmen fertig kriege. Und ich finde, so die einfachste Sache, die man machen kann, ist eigentlich ein Runner-Game. Also Runner-Games, wer das nicht kennt, das sind Spiele, wo der Charakter rennt. Das ist relativ simpel. Meistens als Sidescroller gibt es in verschiedensten Varianten. Viele kennen zum Beispiel Temple Runner auf Mobile. Das wäre zum Beispiel so ein Endless Runner. Und es geht dabei einfach nur darum, dass Charakter Y von links nach rechts meistens läuft und Punkte sammelt oder man einfach nur versucht, so weit zu kommen wie möglich. Ich glaube, noch bekannter ist das das Chrome-Dino-Spiel. Oh ja, das stimmt. Ja, ja. Also, wenn Internetausfall ist und man, und das Besondere an den Spielen ist, dass es im Grunde nur mit einer Taste gesteuert werden kann. Genau. Richtig. Ja, die man drückt, damit man hüpft. Ansonsten passiert alles automatisch. Genau. Jetzt war aber das Problem, ich habe schon tatsächlich auf der Platte hier allein schon auf meinem lokalen Rechner, ich glaube, fünf verschiedene Runner-Spiele, die ich mal probiert habe, gemacht habe, vor vieler Zeit. Und die Dinger sind mega langweilig, finde ich persönlich. Also, ich finde sie tatsächlich gar nicht interessant. Und da habe ich mich ja gefragt, ja gut, ich möchte jetzt mal ein Runner-Game machen, damit ich keinen Scope-Creep habe und das Projekt zu groß ausfällt, aber was kann ich denn jetzt machen, damit das doch ein bisschen interessant ist? Und dann habe ich versucht, wenigstens dieses Element von diesem Pilz, den man wirft, reinzubringen. So, also überhaupt mal zu erklären, was mein Projekt jetzt genau war. Also, wie gesagt, war dieses Runner-Game und um diesen Bezug zu den Märchen zu haben, habe ich mich entschieden für Rotkäppchen mit dem Wolf. Und dieses Runner-Game besteht daraus, dass man als Rotkäppchen vor dem bösen Wolf wegläuft und dabei versucht, über Geäst rüber zu springen, Steine und alles, was so in dem nebligen Wald einem über den Weg kommen kann. Und jetzt war die Frage, ja gut, wie besiegt man denn diesen Wolf? Soll das jetzt wirklich unendlich lang gehen? Und da wollte ich dann tatsächlich so sagen, nein, man soll schon in der Lage sein, diesen Wolf zu besiegen. Und in diesem Wald findest du dann auch mit unter diesem Geästen, diesen Stein, Pilze, die du einsammeln kannst, nach vorne wirfst und die verletzen den Wolf. Das fand ich dann aber auch immer noch ein bisschen zu langweilig, weil das im Endeffekt dann nur hieß, ja, du spielst so lange, wie du Pilze findest und dann ist das Spiel vorbei. Dann wollte ich so ein bisschen diesen Schwierigkeitsgrad erhöhen und diese Pilze wirfst du nach vorne und sie kommen dann durchständig Geschwindigkeit, die du nach vorne hast und Vorwärtsmomentum auf dich zu und du musst dann auch über diese Pilze springen mit diesem Geäst, mit diesem Stein und diese Pilze verletzen dann den Wolf. Und wenn man das dreimal gemacht hat, dann stirbt der Wolf. Das war mein Projekt. Genau und das fand ich auch sehr cooles Game Design tatsächlich, dass der Pilz sozusagen auch zu einem Obstacle wird, zu einem Hindernis und man muss vielleicht, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, der Wolf, der isst alle Hindernisse auf. Also der Wolf rennt durch alle durch. Dem macht das nichts, wenn der gegen den Stein läuft. Die zerplatzen einfach, aber natürlich, wenn er gegen den Pilz läuft, nicht gut. Genau, ja. Genau und das fand ich richtig, richtig cool, die Idee, dass man den Pilz nach vorne wirft und wenn man schafft, drüber zu hüpfen, dann ist gut, weil der Wolf rennt dann rein und kriegt weniger Leben, aber man muss halt selbst aufpassen. Das fand ich sehr cooles Game Design. Finde ich immer beeindruckend, wenn man so gute Ideen hat im Game Design, weil Game Design ist ja auch noch mal eine ganz andere Skillset, die man haben muss und du hast die ja alle. Das ist ja fast schon ein bisschen gemein. Ich muss aber an der Stelle auch wirklich sagen, ich glaube, diese Idee mit diesem Marsch, mit diesem Pilz, die kam tatsächlich sehr spontan und sehr direkt, aber leider, leider sind nicht mal 90 Prozent meiner Spiele so aufgebaut. Also ich denke, es war ein sehr glücklicher Fund und ich bin auch sehr froh drum und nehme es mit als Lernerfahrung, aber ich glaube, nicht jede meiner Ideen wird mich so weit bringen. Auf jeden Fall ist das Spiel natürlich auch verlinkt bei uns in den Show Notes und das Schöne ist, ihr braucht es noch nicht mal runterladen, denn man kann es direkt im Browser spielen, sogar auch auf Mobile kann man das einfach zocken und dann auf den Bildschirm tippen und hüpfen. Genau, und dann halt auch die schöne Grafik bewundern, die könnt ihr natürlich auch jetzt bewundern, wenn ihr auf das Handy guckt oder bei YouTube einfach, denn unser Podcast unterstützt ja auch Bilder, wenn man einen entsprechenden Podcatcher hat oder auf YouTube guckt oder auf die Webseite geht und nach unten scrollt, da sind die Bilder auch nochmal zu sehen. Das ist sehr praktisch. Ja, was ich übrigens auch schön finde, du hast ja auch ein anderes Spiel noch am Laufen im Hintergrund, es heißt Com Creatures. Ja, genau. Und dazu machst du auch auf YouTube kleine Devlogs. Ja, Com Creatures. Ja. Das ist so ein, also ich hatte tatsächlich schon immer so den Wunsch, ein Projekt zu haben, wo ich wirklich lang Zeit dran arbeite und immer mal wieder waren so ein paar Ansätze dafür da über die letzten Jahre, aber wie ich schon eben gesagt habe, du läufst dann immer mal wieder in die Barrikaden, wenn dann irgendein bestimmtes Prinzip einfach zu zu viel Anspruch nimmt, zu viel Zeit oder aus deinem Projekt wird auf einmal doch nur und nur noch Lernerfahrungen, wie zum Beispiel so ein Algorithmus für Pathfinding oder sowas und du bist komplett gesidetracked. Jetzt, wo die Voraussetzungen stimmen und ich die Erfahrung dafür habe, sowas zu entwickeln, habe ich mich dann entschieden, ja, machst du doch mal dein Langzeitprojekt, wie du das dann die ganze Zeit wolltest und habe mich dafür entschieden, so ein Monster Collection Game zu machen, wie, schlag mich dort, Pokémon oder Digimon oder wer das noch kennt, Dragon Quest Monsters, damals auf dem Game Boy Color und das wollte ich dann mit anderen Aspekten kombinieren, habe es dann kombiniert mit diesem Aspekt von Tamagotchi, das heißt, du kümmerst dich um deine Monster, das heißt, du streichelst sie, du fütterst sie, verbringst Zeit mit denen, als aber auch, gehst dann mit denen kämpfen und exploren und auf die Suche, ganz viele verschiedene Sachen, die du mit denen machen kannst, wo man aus verschiedenen Games kennt, einfach so meine liebsten Spiele ein bisschen kombiniert und dann halt mit meinem Pixelart. Hm, okay, das ist nicht schlecht, weil ich, ich finde es immer bei Pokémon ein bisschen fragwürdig, dass man da diese kleinen, süßen Pokémons, die, weißt du, die laufen im Gras rum und freuen sich ihres Lebens und dann sperrt man die in so einen kleinen Ball, das ist wie Massentierhaltung und dann dürfen die immer nur rauskommen, wenn sie anderen kleinen, süßen Tierchen auf die Schnutze hauen müssen. Das ist doch nicht schön. Und dann, dann, dann kommen die wieder in den Ball rein, wenn, wenn, wenn die ihren Kampf erfüllt haben, wenn sie nicht selbst, ich weiß gar nicht, was mit Pokémon passiert, wenn die besiegt werden, also das zeigt man ja in den Nintendo-Spielen nicht ganz, aber ich glaube, es ist nicht schön. Es ist bestimmt nicht schön, also so ein Riesenschub an Donnern's Riesenschub. Also, ne, bin ich schon, bin ich schon ganz bei dir. Kinder sind brutal. Das war aller unser Lieblingsgames. Also, ja. Ich finde es aber gerade interessant, dass du, du sagst, dass dein Problem bei der Spieleentwicklung, also der Langzeitspielentwicklung, eher ist, dass du dann an einem Feature zum Beispiel zu lange hängst, weil, ja, weil du da vielleicht noch nicht weit genug bist. ich hab das Gefühl, also, aber es klang jetzt nicht so nach, als würdest du daran scheitern, sondern es ist, oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Ja, nee, also da hast du schon recht. Also, das ist einfach nur so, dass ich so stark sidetracked werde. Ja, genau. Durch meine, durch meine, mein Rausfinden von, wie behebe ich das Problem, dass ich dann meistens ein neues Projekt aufmache, um dann dort als Testumgebung weiterzuarbeiten und dann nimmt das so viel Zeit in Anspruch, dass ich gar nicht mehr wirklich einen Hang dazu hab, wie ich da letztens bei dem anderen Projekt weitergemacht hab und da fehlt einfach die, also das fällt alles so ein bisschen auseinander. Umso mehr Zeit du abseits von deinem eigentlichen Projekt hast, umso weniger Bezug hast du dazu und das macht alles nochmal so ein bisschen schwerer und mit dem neu erlangten Wissen fragst dich auch so, ja, vielleicht ist dann auch das ganze Fundament, auf dem ich das alles aufgebaut hab, gar nicht mehr so gut, wenn ich ja den Algorithmus jetzt so und so implementieren muss und dann kann ich das eh von vorne anfangen und ganz viele Gründe, die da mit reinarbeiten, wenn man dann noch nicht genug Programmiererfahrung hat. Aber das ist doch so ein ganz allgemeines Problem, was, was ich mal schätze, auch nie weggeht, oder wie ist das denn aus deiner Erfahrung jetzt auch durch die Ausbildung und so, ist es nicht so, dass das quasi jeder Code, den man schreibt, könnte man, wenn man wollen würde und die Zeit hätte, Refaktoren, also neu schreiben und man ist doch nie zufrieden, oder, mit seinen, mit seinen alten Schreibseligkeiten, schon seine Schreibseligkeiten, ja, nee, da bin ich auch ganz bei dir, das stimmt, also auch jetzt bei dem Projekt von Come Creatures gibt es bestimmt auch so die ein oder andere Passage, wo ich mir denke, pff, das hätte ich vielleicht doch ein bisschen anders schreiben können, das war irgendein Abend oder es war Mitternacht oder, Gott behüte, noch später und da war gar keine Lust mehr, das jetzt ordentlich zu schreiben und es sieht echt ein bisschen hingeklatscht aus und da gibt es bestimmt Passagen, aber ich rede hier mehr so von fundamentalen Sachen, von weniger, es sieht nicht schön aus oder es ist nicht hübsch gemacht, als auch, es ist gar nicht modular, also ich, so, das ist so ein Prinzip, das wird dir so ein bisschen vermittelt in der Ausbildung vor allem, ist, dass du deinen Code relativ modular gestalten solltest, dass jetzt nicht alles eine Abhängigkeit voneinander hat, also eigentlich dieses ganze Prinzip von Objektorientierung und, weil, wenn dann eine Sache nicht stimmt, dann fällt dir nicht das ganze Ding auseinander. Ja, also du kannst zum Beispiel vielleicht bequem die Pfadsuchroutine austauschen gegen eine bessere, ohne, dass dann plötzlich der gesamte Code sagt, ey, warte mal, ich erwarte aber diese, das und das, dass du einzelne Module verbessern kannst, austauschen kannst irgendwie. Genau sowas, ja, und so waren meine alten Projekte halt einfach nicht aufgebaut, das heißt gerade, also eigentlich ist das perfekte Beispiel, ich hatte diesen Pathfinding-Algorithmus tiefsitzend eingebaut, alles hat darauf aufgebaut und das Ding hat halt nicht funktioniert und ich muss das neu bauen und auf einmal kamen da neue Sachen rein und das hat irgendwie nicht gepasst, es war so ein Fiek in den Kreis drücken, es hat einfach nicht geklappt und dann musste man das Projekt halt neu aufsetzen. Ja, aber der A-Star-Algorithmus ist glaube ich so der Standardfall für Pfadfindung, ne? Genau, ja. Wie, inwiefern hat das nicht funktioniert, also weil ich stelle mir, also ich bin ja naiv, ich habe das nie gemacht, aber ich stelle mir das irgendwie so vor, wenn man geht auf Stack Overflow, gibt A-Star ein, also A und ein Sternchen, es ist so ein bisschen wie das Rockstar-Logo, das ist ja auch nur ein R mit einem Sternchen dran und der A-Star-Algorithmus, also dann Copy-Paste und dann geht das einfach, so stelle ich mir das vor, weil das ja so ein abgehangenes Problem ist, aber anscheinend ja nicht. Ja, also tatsächlich, das spielt so ein Ego, das ist in meinem Ego so ein bisschen eine Rolle, habe ich ja eben schon gesagt, ich war nie so ein wirklicher Fan davon, Sachen reinzukopieren und ich wollte von Anfang an immer alles direkt verstehen wollen, sehr kindig manchmal auch, ich war dann direkt so, ich will das jetzt aber und soll jetzt klappen und dies, das, das heißt, im Grunde, also, um meine kindliche Idee darzustellen, so, ich bin jetzt vor diesem A-Star-Pathfinding-Ding, ich habe da so ein Video zugeguckt, abstrakt, der hat erklärt, das funktioniert so und so, so und so, gar keinen Code gezeigt, dann bin ich so, ja, das mache ich jetzt. Ah, verstehe, 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 okay, du hast dir das abstrakt angeguckt und nicht einfach den Code von irgendwem. Genau, richtig, ja, da gibt es, ich glaube sogar, Tom von Let's Game Dev hat sogar so ein Video dazu gemacht, wenn ich mich richtig entsinne und ich glaube, dass ich das sogar als erstes geschaut habe und das war auch relativ abstrakt oder mit Pseudocode, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon viele Jahre her und dann, aber unabhängig, auch wenn sie Code gezeigt hätten, hätte es bei mir ja nicht gepasst, weil ich Game Maker Language benutzt habe und das war ja so ein Ding, das hat gar nicht so viel Dokumentation gehabt damals. Es ist schon einiges größer geworden, aber damals hast du nicht zu jedem Thema ein Video gefunden, wie zum Beispiel zu Unity oder Unreal Engine oder irgendeiner Basisprogrammierung, in der Sprache wie Java oder C++. Ja, Shoutout übrigens an Tom überhaupt mal, denn laut deiner Twitter-Biografie, also Twitter, wie heißt das, nee, Timeline, hat er dich ja zu Pixelart gebracht. Ja, der Tom, der hat irgendwann mal ein Video gemacht, zu wie man Linien macht in Pixelart, dass es da so eine Ordnungsstruktur gibt, wie zum Beispiel 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, was um einiges besser aussieht als ein Pixel, ein Pixel, zwei Pixel, ein Pixel, ein Pixel, drei Pixel, zwei Pixel. Also für uns Menschen, wenn wir das angucken, es sieht einfach so viel schöner und angenehmer aus, wenn da tatsächlich so eine interne Struktur in jeder Linie ist. Also es geht jetzt um schräge Linien? Schräge Linien, genau, ja. Oder Rundungen in Pixelart oder, ja, und der Tom, der hat dazu ein Video gemacht, wo er das erklärt hat und mega einleuchtend gewesen, also man hat sofort verstanden und so gehe ich dann auch tatsächlich immer hin und gucke dann, ob meine Linien so ein bisschen ein System drin hatten oder haben. Okay. Nee, ich fand es so cool zu sehen, dass er dich so da inspiriert hat zu diesem Pixel, Pixel-Ding-Art. Ja. Ja, den Tom, den habe ich ganz viel geschaut damals. Also sowohl seine Spieleentwicklungsvideos als aber auch seine Pixel-Art-Videos. Das war so einer der deutschen Game-Dev-YouTuber, die ich relativ viel verfolgt hatte damals. Mhm. Ja, weil wir gerade beim Shout-outen sind. Ich wollte ja nur ganz kurz für die Leute, die jetzt mit dem Game-Gym noch nicht ganz aufgesaugt hatten, weil du hattest ja vorhin auch gesagt, dass das einen guten Eindruck gemacht hatte, die Itch.io-Seite. Und das war tatsächlich ganz, ganz cool, weil die Mana Soup, also Bobo und Andi, die Mana Soup betreiben und Mana Soup wiederum ist ein Netzwerk, was sich auf die Fahne geschrieben hat, ja, also Leute zusammenzubringen für Spielenentwicklung und auch Wissen darzustellen. Die nehmen immer so, also die machen auch neben Streams auf Twitch, dann machen sie auch Videos auf YouTube, so Tutorials zum Beispiel für Blender oder Programmierung und so. Und als wir diese Jam geplant hatten, haben wir dann halt auch überlegt, wie ein Logo und so. Und der Andi, der kennt da einen Designer und der hat einfach gesagt, ja, komm, das ist kein Problem, dann nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und dann bezahlen wir den und dann lassen wir den ein schönes Logo machen und wie so, was, was, okay, ja, okay, warum nicht? Und dann haben wir nämlich dieses coole Logo plötzlich bekommen, welches nicht nur an sich cool ist, sondern es ist eine Kombination aus unserer drei Projektlogos. Also die Pizza, so, die kommt von Game Dave Podcast. Diese, da sind so kleine Sechsecke drauf. Diese sind die Logos von Gamer Republic, der Webseite, den Blog und Mana Soup, daher kommt das ganz grün und so. Und außerdem ist unten noch so ein Suppenlöffel, eine Schüssel mit drauf. Genau, das war ganz cool und weiter unten ist dann auch noch so ein Flyer, der die ganzen Daten dann drauf hat, wann was passieren wird. Der wurde dann auch noch designen, super cool. Und mir fällt gerade auf, vielleicht ist das ja auch unterbewusst für dich, ein Zeichen gewesen, mitzumachen. Ich hatte in den Hintergrund bei der itch.io-Seite so ein paar Wölkchen gemacht, weil ich dachte, das sieht einfach nett aus und das ist so ein ... Ja, die sind mir aufgefallen. Die sind mir aufgefallen. Genau, das ist nämlich Pixelart-Bolken. Die habe ich aber nicht gemacht. Die sind aus dem Internet. Das war so, konnte man sich irgendwo runterladen und war auch okay von der Lizenz her und dann habe ich die in den Hintergrund gepackt und vielleicht hast du da gedacht, boah, cool, Pixelart ist es. Ja, aber die sind mir tatsächlich aufgefallen. Es ist witzig, dass du das sagst. Ja, genau. Und was wir auch noch ganz groß da drauf gemacht haben, ist nämlich so eine kleine Grafik, so mit ein paar süßen Wölkchen und eine kleine Sonne und da steht kein Vorwissen nötig drauf. Und das fand ich auch ganz cool, denn, ja, uns war halt wichtig, dass wir halt möglichst viele Leute ansprechen und auch Mut zu sprechen, da einfach mal mitzumachen, einfach mal zu gucken. Und tatsächlich gab es auch Leute, die dann gesagt haben, ja, das hat mich wirklich ermutigt und, ja, dazu gebracht, mitzumachen. Ansonsten hätte ich mich das nicht getraut. Das war sehr cool. Ja, an der Stelle muss man auch wirklich sagen, die ganzen Entries, die gemacht worden waren, die sind wundervoll. Also überhaupt, ich hatte mega viel Spaß, allein bei dem Stream von Bobo und Andi und auch, wo du dabei warst. Das war richtig, richtig cool. Eine sehr familiäre, es hat sich alles sehr familiär angefühlt. Der ganze Twitch-Chat war mega nett und der Discord ist auch nochmal eine ganz andere Welt. Mega nette Leute, die sehr hilfsbereit sind. Und wenn man da so durch die ganzen Einträge geht, die da bei dem H.I.O. Jam hinzugefügt worden sind und man geht da durch die Spiele und man spielt die, dann merkst du, in jedem einzelnen Spiel ist so sehr viel Liebe reingesteckt worden. Und viele von den Spielen, die ja da reingesteckt worden sind, werden ja jetzt noch weiterentwickelt. Mother zum Beispiel oder Retro-Hunter und sowas. Also richtig cool finde ich das. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, da durchzugucken, alle anzuspielen. Es war richtig toll, dass wir hatten so gedacht, ja, vielleicht machen da 20, 25 Leute mit. Aber ich glaube, am Ende waren 109 angemeldet. Ja. Es sind 23 Spiele eingeschickt worden und bei der Bewertung, es sind 361 Bewertungen abgegeben worden. Und dann haben auch noch mal ganz viele Leute immer unter die Projekte noch kommentiert und so. Also super cool. Ist natürlich alles verlinkt. Könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, anklicken und alle ausprobieren. Sind echt schöne Spiele geworden. Und weil wir gerade bei Hintergrundinfos sind, da wollte ich jetzt noch mal zu dem, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Red, ist ja nicht Red Rud, Red Hood? Red Running Hood, genau. Genau, Red Hood Running Hood. Nee, Red Running Hood, genau. Ist ein Zungebrecher, glaube ich. Und zwar wollte ich da noch mal, genau, ich hatte mich nämlich gewundert, weil das ist ja schon sehr rund. Du hast da so ein Menü, man kann sogar Sprachen auswählen und du hast so ein kleines Dialogsystem. Aber bei uns war es nämlich so, wir haben gesagt, solange das alles dokumentiert wird, können die Leute ruhig von ihren Projekten auch Code verwenden von früheren Sachen oder eben auch Grafik von dritter Quelle her, also Third-Party-Grafikpaket oder so. Solange das auf der E-Seite dann steht, ist das alles okay. Und ich glaube, du hattest da auch ein paar Grundlagen, die ja schon von deinen vorherigen Projekten übernommen. Ja, genau. Also tatsächlich diese zwei große Sachen, wovon eins groß ist und eins sehr klein. Einmal ist dieser Dialog, diese Dialogbox, die entwickle ich schon seit ein paar Jahren. Die ist nicht riesengroß an, was Code da drin ist, aber es ging immer mehr um Optimierung und besser machen und schneller machen und Funktionen wie zum Beispiel, dass der Text sich färbt, rot wird, wackelt und sowas. Sowas fand ich immer megacool. Und tatsächlich ist das auch so ein Ding gewesen, wo ich damals versucht habe, dran gescheitert bin und dann irgendwann nochmal aufgehoben habe und weitergemacht habe. Und das andere wäre dann das Eventsystem, das ich geschrieben habe. Das ist nichts anderes als eine Cue, eine Schlange, in die man Funktionen reinsteckt und diese, die dann nach und nach ausführt. Das heißt, bei Red Running Hood war das zum Beispiel, ja, das Spiel startet, dann kommt dieser Dialog als Event und dann kommt als Event, dass du anfängst zu laufen und dann kommt als Event, dass das Spiel startet. So, das waren diese zwei Sachen, die ich mitgenommen habe in das Projekt. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool geworden. Und was ich auch toll finde, du hast dann ja auch einen Postmortem geschrieben. Auf der Edge-Seite kann man sich auch nochmal angucken. Das fand ich auch sehr cool. Da hast du nochmal zusammengefasst, wie die Erfahrung für dich war und was du verbessern würdest oder dabei gelernt hast und so. Ja. Also alles eine sehr runde Sache. Vielen lieben Dank. Genau, kann man sich alles nochmal durchlesen. So, genau, jetzt haben wir, Pixelart wollte ich nämlich noch eine Sache fragen. Genau, die Sachen haben wir schon abgearbeitet. Es ist aber so, du bist ja nicht nur Pixelartist, sondern laut deiner DeviantArt-Website bist du Professional Pixelartist. Ja. So, da will ich jetzt mal wissen, was ist denn ein Professional Pixelart? Weil ich habe dann gedacht so, hey, vielleicht arbeitest du ja in irgendwie Spielefirmen und machst so ein Pixelart. Ich finde tatsächlich, also im Englischen finde ich es gar nicht mal so schlimm, Professional Pixelartist, aber im Deutschen klingt das ganz hochnäsig. Das finde ich ganz schlimm. Aber ja, das Professional heißt nichts anderes, als ich verdiene damit Geld. Genau, eben. Und ich habe damit Geld verdient jetzt schon seit 2018. Und zwar hat das angefangen mit Posts auf, lass mich lügen, let'splayforum.de und streamtalk.de, glaube ich. Das waren Website-Ressourcen, wo sich Streamer und Let's Player zusammenfinden konnten. Und ich habe dort auf den Marketplaces dieser Seiten angeboten, für Streamer, Profilbilder, Banner und all das, was du brauchst für Stream und YouTube und schlag mich tot, Pixelart-Ressourcen herzustellen. Das heißt, diese Leute würden auf mich zukommen und sagen, hey, ich hätte gern das und das und mein Charakter sieht so und so aus oder mein Persona und ich hätte gern, dass dieser Charakter auf dem Banner das und das macht. Ich hätte gern diese Elemente mit eingearbeitet. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Sehr viel Anfragen bekommen. Aber, das muss ich auch direkt schon sagen, das hatte nicht nur was mit der Kunst zu tun, sondern auch mit dem unangenehm niedrigen Pricing. Ja, was war denn Pricing? Profilbilder, egal wie groß, waren 5 Euro. Darf ich mich noch nicht mal der Detail anlegen, die leer ist. Banner waren 10 Euro und Animationen waren 20, 25. Okay. Ein Ansturm an Anfragen. Mein Discord wurde überrannt. Warte mal, wer hat die Preise überhaupt festgelegt? Irgendein komischer Idiot in der Marketingabteilung. Keine Ahnung. Ich glaube, der hieß Sven Greenpixels. Keine Ahnung. Ich frage nur, weil hätte ja sein können, dass das von der Webseite diktiert wurde. Nein, gar nicht. Ach so. Also, tatsächlich geht das zurück auf so einen sehr alten Spruch, den ich mal gehört habe. Und zwar sollst du, wenn du irgendwas auf einem Markt anbietest, irgendwelche Dienstleistungen, erst sehr niedrig ansetzen und dann über Zeit rausfinden, wie die Nachfrage ist und dann den Preis erhöhen. So, das Problem war, dass ich diesen zweiten Teil vergessen habe und für ein Jahr oder so was, solide, einfach für 5 Euro, 10 Euro diese Pixel-Art-Ressourcen für Streamer und YouTuber gemacht habe. Okay. Ich habe mich da totgearbeitet. Ich habe da so viel Aufregel gemacht und habe mich mega gefreut, dass da so ein bisschen Kleingeld, Taschengeld bei rumkam. Aber es war sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit, die definitiv besser hätte vergütet werden müssen. Aber der Einzige, der daran Schuld hatte, das war ich. Ja. Sehr interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Ja. Ja, vor allem, also es ist auch so die Frage, wie lange brauchst du dann, also für so ein Avatar, du brauchst da sicherlich nur nicht 5 Minuten dafür. Nee, ich brauche sicher nicht 5 Minuten. Also inzwischen ist mein Arbeitsrhythmus sehr, sehr schnell. Also da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Das heißt, in einer Stunde, zwei, oder sagen wir in einer Stunde, habe ich so ein Pixel-Dailies fertig. Also diese Pixel-Dailies-Dinger, das ist so ein Twitter-Bot, der tweetet jeden Tag ein Random-Theme, ein Thema, ein Topic. Und zu diesem Thema musst du ein Pixel-Art-Bild gestalten. Und diese Pixel-Art-Bilder, die schickst du rein und mit diesem bestimmten Hashtag, mit diesem bestimmten Handle von Pixel-Dailies und dann wird der getweetet und bekommt x Likes und sonst irgendwas. Also bekommt eine ganz gute Fläche an Präsentation. Und das hat mal mehrere Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden gedauert, je nachdem, wie zeitintensiv es war. Und es ist inzwischen auf eine Stunde runter. Ja gut, aber sagen wir, du brauchst eine Stunde für so ein Avatar, was ja vielleicht auch länger sein könnte, weil je nachdem, wie die Person aussieht und so. Ja, und ob die noch was ändern müsste. Genau, was Änderungen sucht auch noch. Selbst wenn du so eine Stunde abhältst, wäre dein Stundenlohn 5 Euro. Ja, ja. Nee, also ich sag, die Preise waren viel zu niedrig. Aber wie gesagt, das waren die Anfänge. Inzwischen findet man diese Einträge auch nicht mehr dort. Und ich glaube, also jedenfalls auf Let's Play Forum und StreamTalk habe ich sie gelöscht. Ich glaube, 2020 habe ich nochmal einen Eintrag gemacht auf dem GameMaker Forum. Also dieser Plattform, die ich zum Softwareentwickeln benutze, habe ich einen Eintrag in dem Forum gemacht, um Ressourcen zu erstellen für Leute, die Spiele entwickeln wollen. Dann war es nicht mehr nur auf Streamer getrimmt, sondern dann war es auch auf Spieleentwickler getrimmt. Und dann bin ich auf Aktiv hingegangen und habe in den Discords von verschiedenen Servern, die einen bestimmten Abteil hatten, für Paid Commission, das heißt für bezahlte Aufträge und habe dort einen Eintrag gemacht und gesagt, hey, ich mache Pixel 8 Ressourcen für eure Spiele. So, aber diesmal nicht mit Preisen und auch nicht mit 5 Euro oder 10 Euro, sondern dann haben mich Leute eingeschrieben und man hat individuell Preise ausgehandelt, je nachdem, wie aufwendig, in was für einer Resolution, also in was für einer Auflösung und überhaupt mit wie viel Arbeitsaufwand verbunden. Und dann waren die umso auch größer als 5 Euro pro Stunde, wenn man das dann ein bisschen anders eingeht. Ja, aber das waren ja jetzt, sage ich mal, sehr spezifische pro Kunde, aber du hast ja auch so ganze Pakete, die du verkaufst. Auf Itch kann man das sich nämlich angucken. Das Neueste ist zum Beispiel, soweit ich das hier sehe, ein Rock-Like-Items. Das ist tatsächlich das Erste gewesen. Das Letzte, was ich hergestellt habe, war das Pixel-Art-Assets für Gans. Das sind eine Kombination von verschiedenen Waffen, Pixel-Art-Waffen, eine Sniper, eine M16 und was auch immer, äh, M15. Genau. Ja, und diese Ressourcen, die biete ich aber erst seit einem Jahr an. Ach so. Ja, seit einem Jahr, genau. Okay, und wie läuft es? Also kauft das jemand oder? Ja. Meine Mama. Meine Mama hat es mal gekauft. Nee, ähm, tatsächlich ist die Kaufquote relativ gut, aber wer, wer auf die Seite geht und sich das anschaut, wird sehen, dass die Preise sehr niedrig angesetzt sind. Also da sind wir sogar schon unter dem 5-Euro-Stunden-Lohn. Ähm, und zwar biete ich die an für 3 Euro pro Paket drumrum. Irgendwas so in dem, in dem, in dem Dreh. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich selber hasse und ganz viel Arbeit machen möchte, sondern hat das damit zu tun, dass ich ja selber Spiele entwickle. So, und wenn ich selber Spiele entwickle, möchte ich ja natürlich auch besser Pixelart machen können. Und dafür brauche ich Lernerfahrung. Und jedes Mal, alle paar Monate, jeden Monat mal setze ich mich hin und sage, ja, jetzt möchte ich gerne mal ein paar Waffen gestalten. Das war jetzt zum Beispiel der Hintergrund bei diesem Gunspec. Und ich werde so ein paar Waffen pixeln, ich werde mir Referenz angucken, ich werde versuchen, das gut aufzuarbeiten, schauen, was man damit machen kann. Und das war dann meine Lernerfahrung. Und die packe ich dann zusammen, mache Ressourcen, die man für Unity oder sonst irgendwas benutzen kann, in ein Paket und verpacke das und setze das dann in diesen Shop rein. Und damit habe ich dann für mich einerseits diesen Teil, ja, ich habe die Lernerfahrung gemacht, bin für mich besser geworden und habe einen coolen Nebenverdienst, den Leute in ihren Projekten benutzen können. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Ich bin, glaube ich, bald Millionär. Ich bin mir nicht sicher. Nee, Spaß. Aber in der Million hat er drei Nullen, oder? Ich glaube schon, oder? Nee, also in dieser Zeit, es ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, in der Zeit habe ich jetzt grob ein Hunderter gemacht. Also es sind irgendwo so, ich glaube, 40, 30 Einkäufe geworden. Und ich freue mich weniger über das Geld. Ich glaube, ich habe es sogar noch nie abgehoben bei Itch. Ich fand es einfach immer nur cool, dass es so ein kleines Nebenverdienst ist. Aber was mich mehr freut, ist der Fakt, dass Leute meine Sachen in ihren Projekten benutzen wollen. Und dafür dann auch mal ein paar Euro in die Hand nehmen. Und das fand ich immer ultra cool. Das ist so ein bisschen, das pusht mein Ego. Ja. Das ist einfach ein sehr schöner Gedanke. Und ich habe tatsächlich sogar schon den einen oder anderen, der das gekauft hat, gestalkt und geguckt, was die so damit gemacht haben. Und ich habe schon den einen oder anderen gespottet, der meine Sachen in seinen Projekten benutzt hat. Und da grinse ich halt über beide Backen. Da freue ich mich sehr. Ja, das ist schön. Auch schön ist übrigens, das hast du in deinem Postmortem geschrieben, dass du durch das Learning des Game Gems, wo du dann gesagt hast, nee, du möchtest das Spiel aber auch als Web-Version anbieten, dass wiederum dieses neue Wissen einbezogen hast in dein ganzes Ammo-Pack. Denn dort kann man die Waffen direkt auf der Webseite mal ausprobieren und ballern. Ja, der Web-Export. Also ich muss auch direkt sagen, jeder, der mit Spielentwicklung anfangen möchte, Game Maker ist bestimmt cool zum Anfangen. Und da gibt es auch eine kostenlose Testversion. Aber man muss sich bewusst sein, das Ding ist teuer. Das kostet Geld. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern für die eine oder andere Lizenz. Ich glaube sogar vor allem für den Konsolen-Export bezahlst du mehrere hunderte Euro. Die haben inzwischen so ein Subscription-Modell, das dir es ermöglicht, für wenige Euro im Monat das zu machen. Aber das auch nur, wenn du eine Kreditkarte hast. Das heißt, ich habe immer die Lifetime-Version gekauft und die kosten halt schon echt Asche auf Steam. Und damit ich halt meine Projekte auf Web-Exportieren kann, habe ich dann halt kurz vor Ende des Jams, war das glaube ich, 90 Euro in die Hand genommen und habe mir dann diese Lizenz gekauft, um dann Red Running Hood auf Web-Exportieren zu können. Und das habe ich nur gemacht, weil, jetzt lass mich mal lügen, in dem Mana-Zub, auf der Mana-Zub-X-Seite, da gibt es einen Tab für die Community. Da ist genau ein Post gemacht worden, ein einziger. Und da geht es um jemanden, der geschrieben hat von seiner Erfahrung in bisherigen Game-Gems. Ah, ja. Weißt du, wer das ist? Nee, aber ich glaube, die Person hat diesen Post in mehreren Game-Gems gepostet. Das kann natürlich sehr gut sein. Spammt das so ein bisschen, aber ich finde das gar nicht schlimm, denn es sind wirklich gute Tipps. Es sind richtig, richtig gute Tipps. Und Nummer sieben, da habe ich es jetzt, ist Heather Web-Version. Und sein erster Satz schon fängt damit an, people underestimate the power of a Web-Version. Und ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn dein Game accessible ist, und Accessibility ist ja sowieso ein riesen, riesen Ding, spielen mehr Leute dein Spiel. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel von jedem Spieleentwickler. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedes Spiel, das ich ab sofort machen werde, als Web-Version auf den Kasten klatsche. Weil damit hast du auch die Schwierigkeit mit, wie ist das mit monetarisieren. Und wenn du Web-Version hast, kannst du ja eigentlich nicht mehr verkaufen so richtig. Es ist alles so ein bisschen komplizierter. Also wenn ich jetzt tatsächlich ein Spiel plattformspezifisch exportieren möchte, Windows oder sonst irgendwas, dann würde ich, oder vor allem wenn ich es verkaufen möchte, würde ich es nicht als Web-Version anbieten. Aber wenn es hierbei wirklich geht um ein Spiel, das ich kostenlos dargeben möchte, wie zum Beispiel so ein Jam-Game, dann auf jeden Fall als Web-Version. Vor allem wegen der Schwierigkeit, dass bei Itch derzeit viele Viren im Umlauf sind für downloadbaren Inhalt. Und bei einer Web-Version hast du dieses Risiko einfach nicht, weil das auf einem Web-Server läuft von Itch-Seite. Ja, also finde ich auch sehr gut. Selbst wenn du das Spiel verkaufst, es gibt jetzt gerade das Spiel Townscaper. Und das kann man auf Steam kaufen, aber es gibt jetzt auch eine Web-Version. Und da kann man dann direkt mal kurz reinspielen und gucken, ob man sich das denn kaufen möchte als Voll-Version. Also dafür kann es sich natürlich auch eignen. Für Demo-Version, meinst du so? Genau. So als langes Anprobier-Schmankerl. Ich möchte übrigens noch zurücknehmen, was ich eben gesagt habe. Diese Person C64-Gamer hat das nicht gespammt, aber tatsächlich hat dieses Profil nur zwei Topics erstellt. Und das ist jeweils derselbe Eintrag, und zwar diese zehn Tipps für Game-Gems. Und das ist einerseits bei uns gepostet, bei Mana Zoom Game Jam und bei Brekkies Game Jam, auch 2021. Das ist derselbe Post. Aber wie gesagt, waren sehr gute Tipps. Von daher ... Klasse Tipps, auf jeden Fall, ja. Übrigens auch eine interessante Erfahrung, habe ich im Streamchen erzählt, aber hier nochmal. Wir hatten relativ schnell, nachdem der Jam gestartet ist, schon zwei Submissions. Und das ist natürlich merkwürdig, denn normalerweise brauchen die Leute ja so ein bisschen Zeit. Und dann klickt man mal auf das Projekt, und das hat auch irgendwie nicht so richtig was mit dem Thema zu tun. Und dann guckt man mal, wo dieses Projekt noch gepostet wurde, und dann stellt sich heraus, aha, das ist bei zehn anderen Game-Gems auch eingereicht worden. Und das fand ich eine sehr dreiste, aber interessante Möglichkeit, Marketing zu betreiben. Mhm. Denn jeder, der so ein Game-Gem veranstaltet, guckt natürlich neugierig auf alle Submissions. Und wenn man also ein Spiel hat und das bei allen Game-Gems einträgt, dann hat man zumindest schon mal die Augen von den ganzen Betreiber und Betreiberinnen drauf. Ja, und wenn man dann Glück hat, ist es so ein Minecraft, und es macht Boom. Ja, auf jeden Fall muss man an der Stelle ja auch sagen, hätten sie es theoretisch am Ende und nicht am Anfang eingereicht, wäre das ja gar nicht aufgefallen. Na gut, das Thema ist trotzdem dann ein bisschen verfehlt vielleicht. Aber ja, das wäre noch die Köche auf der Krone, wenn man das am Ende einreichen würde. Da würde es weniger auffallen, das stimmt. Womit ich nicht an irgendjemanden appellieren möchte, das zu machen. Das ist sehr ... Da hat man nicht viel Respekt vor den Betreibern eines Game-Gems. Das finde ich ein bisschen schade. Aber interessant ist es allemal, ja. Ja, hätte ich, wäre ich von selbst nicht drauf gekommen. Ja. Was ich mich frage, es gibt Leute, die sagen ja immer so Pixelart, es ist ja irgendwie so billig und irgendwie so große Pixel, und das machen ja nur Leute, die keine richtige Grafik können oder so. Ich frage mich, was so deine Perspektive darauf ist. Ja, also, mega interessantes Thema tatsächlich, weil ich mich damit ja auch selber sehr viel beschäftige. Ich habe erst vor kurzem in meiner Familie so wirklich gezeigt, was ich eigentlich so privat mache. und ... Ja, also, das ist tatsächlich ... Ich lebe ja jetzt in ... Das finde ich so furchtbar. Wie sie sich einfach wortlos umdrehen und du bist ein Enterbt-Worten oder so. Ich mache Pixelart. Okay. Tschüss. Nee, also, ich wohne ja ein bisschen abseits. Jetzt, ja. Weil sie dich aus dem Beruf ausgestoßen haben. Jetzt, weil sie mich enterbt haben. Nee, oh Gott. Nee, liebevolle, tolle Familie. Aber wie gesagt, die wohnen halt im Saarland. Ich wohne in Hessen. Und man kommt halt nicht so oft dazu zu quatschen, mal telefonieren, ja. Und wie gesagt, das war halt alles nur so ein Hobby für mich oder ist alles mehr so ein Hobby für mich. Und es kam halt nicht so gut zur Sprache. Aber als ich dann mit dem Game Jam das gemacht habe, noch bevor ich da tatsächlich gewonnen hatte, was mich mega gefreut hatte, habe ich denen schon gesagt, hey, guck mal, ich mache das und das. Und denen gefiel dieser Pixelart-Zeit tatsächlich richtig, richtig gut. Ja. Ich habe aber tatsächlich Freunde, mit denen ich auch ab und dann quatsche, die finden das furchtbar hässlich. Spiele, wo ich sage, das ist Kunst, das ist wunderschön. Ach, eigentlich, Oldboy ist für mich so das schönste Pixelart-Spiel vom, wie hieß er? Ich glaube, von Simon, äh, der ist auch Simon, glaube ich. Ach, ich weiß es gar nicht. Sehr guter Name schon mal. Das ist ein toller Name. Ich habe gehört, nur die Elite hat diesen Namen. Ja, der, der macht auch erst Simon Andersen, genau, so hieß der. Wunderschön, wunderschönes Spiel. Und da gehen tatsächlich Kollegen von mir oder Freunde von mir hin und sagen, pff, finde ich jetzt nicht so schön. Wo ist da das 3D? Wo ist da das Immersion in das Spiel, wenn es nicht 3D ist? Und warum sind da diese ganzen Ecken und Kanten? Also da gibt es tatsächlich, da haben wir das Sprichwort nochmal, da scheiden sich die Geister. Da gibt es den einen, da gibt es den anderen. Manche finden es wirklich schön. Meistens die Leute, die schon ein bisschen älter sind und so ein bisschen Retro-Perspektive haben. Leute, die damals auf dem Gameboy irgendwas gespielt haben. Leute mit Pokémon-Hintergrund, so Smaragd und Rubin und Schlag mich tot. Aber dann zum Beispiel, jetzt ohne hier irgendwelche Typen herbeizubeschwören oder so was. Aber meistens sind es so die Leute, die so mehr so Modern Warfare, Call of Duty und sehr viel so Action-3D-Spiele spielen, wo gar nicht so wirklich was mit diesem Retro zu tun hatten. Und die finden das dann tatsächlich gar nicht so ansprechend. Und da frage ich mich dann persönlich, beruht Pixelart, dieser Appeal an Pixelart, eigentlich nur darauf, dass wir diesen Retro-Aspekt haben? Oder kann Pixelart für einen Außenstehenden, der gar nichts mit Retro zu tun hat, auch schön aussehen? Und darauf habe ich bis heute noch keine Antwort. Ich würde sagen, ja. Ja, findest du? Und ich kann dir zwei Ansätze dazu bieten. Ich finde aber übrigens den Vergleich mit zum Beispiel Call of Duty und das nicht ganz perfekt, weil klar ist 3D anders als 2D. Ich glaube, man müsste es eher vergleichen mit 2D-Spielen, die aber nicht Pixelart sind. Also zum Beispiel das erste Binding of Isaac, das ist ja eher so Vektrografik. Oder weiß ich nicht, ist das so ein ... Hollow Knight vielleicht noch? Ja, genau. Oder auch so ein Zelda ... Ah, nee, das ist ja Pixelart eher. Also heute zumindest. Aber ich meine zum Beispiel die klassischen RPGs, wie jetzt ... Ah, nee, nicht Nevermatter Nice, die Neuauflagen von den Sachen ... Wie heißt das denn noch mal? Ah, genau, Pillars of Eternity zum Beispiel. Ah, davon habe ich gehört. Das ist ja so ein Rollenspiel, auch 2D. Und das ist aber jetzt nicht Pixelart, das ist halt einfach 2D-Grafik. Und ich glaube, mit dem müsste man es eher abgleichen, statt mit einem 3D-Spiel, weil klar ist man mehr drin irgendwie, wenn das vielleicht 3D ist. Klar. Aber meine Theorie ist nämlich folgende. Zwei sozusagen. Erstens, Pixelart ist schon viel älter als Computer, und zwar in Form von Mosaiken. Und Mosaike, die bestehen ja auch aus groben Strukturen, und die kann man sich ja auch angucken und denken so, oh ja, das sieht ja irgendwie cool aus. Ist schon lustig, dass die sich aus so kleinen Glasscherben oder Steinscherben so coole Bilder gemacht haben. Vor allem, wenn man sie so ein bisschen aus Entfernung betrachtet. Und dann wirkt es ja trotzdem cool oder schön oder so. Und das andere ist, dass früher als, und es geht heute auch noch, aber vor allem früher als Spieler noch sehr roh aussahen und teilweise echt nicht gut, hat man das ja irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Aus irgendeinem Grund. Also, wenn du früher so ein Spiel gesehen hast, auch 3D-Spiele, wie jetzt so ein Quake oder so, das guckst du dir heute an und denkst, wie konnte ich das damals schön finden. Aber damals war es einfach, da saß man mit offenem Kinn, nee, runtergefallenen Hosen. Da fällt das Kinn runter, ne? Also, die Kindlade fällt runter. Sitzt man also vorm Bildschirm und heute denkt man sich so, hä? Und deswegen kann ich mir forchten, dass so vor allem Augen, die noch nicht so viel Computerspiele gesehen haben, ganz allgemein, auf so ein Bild eher gucken und jetzt nicht sofort sagen, hör, das sind ja überall Pixel, sondern dass das Bild als Ganzes betrachten können. Mhm. Weil, genauso wie unsere Augen früher auch irgendwie, ja, also auf diese Spiele geguckt haben und dann nicht dachten, hä, da sind ja auch Bekannten. Nein, wir dachten, boah, da gibt's 3D, was zu sehen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja die beste Graphite, die es jemals gegeben hat. Nee. Und haben wird. Mhm. Also, das ist so meine Theorie. Genau. Also, man kann ja auch, also, man muss ja auch wirklich sagen, Pixelart ist ja auch gar nicht mehr so wirklich Pixelart heutzutage. Ähm, wie du schon grad eben gesagt hast, damals sah das ja auch ganz anders aus. Ähm, dieser Simon Anderson von Oldboy, der hat tatsächlich so einen Blogpost darüber gehabt, wo er von der High-Bit-Error redet. Mhm. Ähm, das heißt, er unterscheidet sich in dem heutigen und dem damaligen Pixelart darin, dass wir jetzt gar nicht mehr an Limitationen gebunden sind. Stimmt. Das heißt, damals warst du zum Beispiel für den, den es nicht wusste. Also, dann warst du, wenn du auf Konsolen exportiert hattest, wie zum Beispiel die NES, dann warst du an die NES-Palette gebunden. Genauso wie es da Limitationen in den Sound-Channel gab, gab es da auch Limitationen in den Grafik-Channel. Die konnten nun so und so viel oder bestimmte Farben darstellen. Ja, oder Sprite-Größen. Ja, die Sprite-Größen. Da wurde sehr viel rumgetrickst mit, ähm, Sprites nur zwei Frames haben. Sprites benutzen Teile von anderen Sprites irgendwo anders, mit anderen Farben. Oder, äh, Sprites werden nur gemirrored. Da wurde ganz viel, ganz, ganz viel Platz gespart. Was ich, das ist auch nochmal so ein Riesenthema für sich, was ich mega interessant finde. Und jetzt, derzeit, das Pixel-Art, was halt diese Limitationen nicht hat, davon redet mir dieser Simon Anderson von dem High-Bit, der High-Bit-Era. Und da geht er auf Spiele ein, wie zum Beispiel dieses Chasm, falls du das kennst. Das ist auch so ein Pixel-Art-Spiel mit wunderschönem Hintergrund, wunderschöne Animationen. Stardew Valley ist ja auch zum Beispiel ein, ähm, ähm, High-Bit-Era-Spiel. Und was das heißt, wir, wir binden da mehr so die, tatsächlich so, Working-Light mit rein. Also, man kann da zum Beispiel auch tatsächlich Schlagschatten, obwohl es 2D ist, mit reinarbeiten. Man kann Dynamic-Lighting haben. Man kann da, ähm, ich hab's sogar schon gesehen, Pixel-Art, wenn ich das richtig gesehen hab, mit Normal-Maps. Ja. Ganz coole Sachen, ganz verrückte Sachen kannst du da machen. Dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen rotierenden Pixel und nicht rotierenden Pixel. Bei dem Pixel wirklich auf dem Screen rotiert werden. Das klingt jetzt so blöd, weil Pixel sind immer vier-eckig angelegt auf dem Computer. Aber die werden dann halt hochskaliert und dann, ähm, sind diese Pixel nicht nur bestehend aus einem Pixel. Also, da kann man echt sauinteressante Sachen machen. Und, ja, also Pixel-Art ist gar nicht mehr nur Pixel-Art. Also, da muss man wirklich schon unterscheiden heutzutage. Das stimmt. Äh, vor allem, ich find, ein fundamentaler Unterschied ist vor allem das Scrolling, ne? Früher hattest du ja wirklich nur 320 mal 200 Pixel zum Beispiel. Und wenn du da, äh, nur einen Schritt nach oben oder unten gescrollt hast, dann war das halt ein großer Ruckler, weil eins, so ein Pixel hat halt einen relativ großen Platz auf dem Bildschirm eingenommen. Und heute sind die Pixel, ja, die, die man sieht, größer als die, die der Bildschirm darstellen kann. Genau. Und man kann also heutzutage ganz sanft scrollen, äh, was früher gar nicht möglich gewesen wäre. Absolut, ja. Ja, ja, okay. Aber das war auf jeden Fall nochmal spannend, deine, deine, ähm, Perspektive darauf zu hören. Mir ist die Frage nämlich, äh, in den Kopf gekommen, weil ich hatte in der Vorbereitung mal so ein sehr, sehr gutes, äh, Video übrigens angeschaut, so eine kleine Zusammenfassung, äh, über Pixelart, was man da macht und worauf man achten sollte und so. Und da ist mir auch immer bewusst geworden, wie viel da eigentlich drin steckt. Äh, denn du hattest das ja vorhin schon angesprochen mit dem, okay, wie baue ich eine Linie auf? Da gibt es echt ganz verschiedene Methoden, wie man die Linien aufbaut, also wie viel Pixel oder wie man das Pattern anlegt, wie eben schräge Linien gezeichnet werden, aber dann auch, ob man Antilliesing dazu malt oder nicht und wie man sie denn einfärbt, die Linie, äh, oder, oder ob man überhaupt eine Outline hat und alles, also sehr spannend, werde ich auf jeden Fall verlinken. Mhm. Und dann gibt es auch noch ganz verschiedene Prozesse, da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du da eigentlich rangehst, weil in diesem Video wurde so, äh, da hat der gesagt, er macht erst die Silhouette, ganz grob, dann Linien, also so Outlines malen, dann wird's, ähm, mit Farbe gefüllt und dann wird's refined. Mhm. Ja, äh, ist das auch dein Prozess oder hast du da was? Ja, also tatsächlich, das Video von Saul Tuns, das kenne ich auch, das, das habe ich gesehen, dass du das verlinkt hast, ich fand das schon damals mega cool, also was heißt damals, es ist, glaube ich, gar nicht so alt, nur habe ich es mal gesehen, ich fand diesen Maria, den er in diesem, in diesem Video macht sehr cool und tatsächlich unterscheidet sich sein Prozess gar nicht mal so sehr von dem, den ich mache, das heißt, da ich halt auch aus der traditionellen Kunst komme, wo du halt oft anfängst mit einem Bleistift-Sketch, also einer Skizze und dann mit Feinliner die Linien nachfährst, dann ausradierst und dann einfärbst und so ungefähr ist auch mein Prozess bei Pixelart auch auf dem digitalen Medium, dass ich zuerst mit, manchmal, ganz selten mit meinem Grafiktablet die Konstruktion drunter baue, also die Skizze, dann diesen Layer, diese Schicht, die Transparenz hochmache, dass das durchsichtig ist und dann nochmal darüber die ordentlichen Pixelart-Linien setze, die dann halt auch wirklich abgezählt sind, wie in diesen Schritten, wie ich eben gesagt habe, 1, 1, 2, 2, 2 und sowas und dann versuche das so schön aufzubauen, wie es nun geht und dann färbe ich es ein. Aber da gibt es mega viele Ansätze, also da gibt es auch Leute, die anstatt Linien nur Flächen benutzen, das heißt, anstatt dann mit jedem einzelnen Pixel hinzugehen, machen sie den Brush, den Pinsel auf 2x, 3x, 4x, also dass die mehrere Pixel auf einmal zeichnen, malen dann nur Flächen rein und färben diese ein und dann im Nachhinein benutzen sie dann den Radiogummi und verfeinern die Sachen noch im Endeffekt und dann ist das Ding schon fertig. Also da gibt es schnellere, da gibt es langsamere, das kommt ganz darauf an, wie dein Endprodukt aussehen soll. Wenn du zum Beispiel gar keine Outlines haben möchtest in deinem Bild im Endeffekt, dann ist zum Beispiel dieser Prozess von diesen Outlines vielleicht überschüssig. Dann sollte man versuchen, seinen Prozess zu verfeinern, sodass die direkt schon wegfallen, wie mit diesen Formenzeichnen. Und tatsächlich, dieses Formenzeichnen, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, das sind oft die Leute, die mehr den Hintergrund haben der Malerei. Das sind dann die Leute, die mit Wasserfarben zeichnen oder vor allem mit Öl, Leute, die mit Öl malen und dann zur Pixelart gekommen sind, so habe ich das zumindest mitbekommen, die sind tatsächlich die Leute, die dann mit Flächen arbeiten anstatt mit Linien. Ist interessant, dass du das aber nicht so machst, weil du kommst ja auch aus dieser Richtung und ich wollte nämlich auch gerade sagen, genau das habe ich auch festgestellt, also ich habe ein paar Jahre Aktzeichnen gemacht und da ist es auch so, dass du am Anfang natürlich eher so mit Linien arbeitest und irgendwann geht aber dieser Kurs dann auch so in Richtung, hey, okay, jetzt versuch mal flächig zu arbeiten, direkt groß zu arbeiten, nicht so im Detail, sondern eher so die Gesamtkomposition aufs Papier zu bringen. Ja, und ich finde es interessant, dass du aber trotzdem bei der Linie geblieben bist. Also tatsächlich habe ich ja eigentlich angefangen mit der Illustration, also mit Skizzieren und dann Linienfahren und ich habe nur einfach sehr viele verschiedenen Medien ausprobiert. Das heißt, ich bin auch in Wasserfarben gerutscht, habe da ein bisschen Zeit verbracht, bin in Aquarei gerutscht, habe da ein bisschen Zeit verbracht. Ich glaube, Öl habe ich nur einmal gemacht, aber die meiste Zeit habe ich tatsächlich verbracht mit der Illustration, mit Bleistift und dann Fineliner und dann dem Ausmalen mit, nicht Eddings, Gottes Willen, Marker. Die haben bestimmten Namen, mir fallen sie gerade nur nicht mehr ein. Copics? Genau, Copic-Marker. Ja, die habe ich en masse benutzt. Das sind meine Lieblingsdinger gewesen, wenn ich da traditionell gezeichnet habe. Ah, okay. Ah, ich habe mich erinnert, ich sollte mal von meinem Papa, der hatte irgendwie irgendwie eine Postkarte, ich glaube auch zu Weihnachten gemacht oder so. Da war ich ja noch ganz klein, dann habe ich aber irgendwie so ein Bild gemalt, dann fand er es gut und dann meinte er, ey, könntest du nicht für die Postkarte ein Bild malen? Und dann habe ich das gemacht, erst mal einen Bleistift und dann eine Farbe ausgemalt und dann habe ich gedacht, hm, jetzt wäre es ja glaube ich noch ganz cool, wenn alle Linien, die ich vorher mit Bleistift gemalt habe, noch Fineliner schwarz umrandet werden. Dann habe ich alles schwarz umrandet und dann war er da ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, bis zu dem Punkt hat ihm das Bild gefallen, aber dann ist alles nur noch schwarz umrandet gewesen und die ganze Details im Foto umgegangen und alles auch ein bisschen komisch aber so und naja, ich glaube, es wurde trotzdem genommen am Ende. Man kann da ja seinem, weiß ich nicht, achtjährigen Sohn nicht sagen, okay, ich glaube, ich komme mich mit jemand anderen. Weg mit dem Ding. Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das ich noch heute habe, ist, du verlierst, also man spricht da von Energie, Dynamik. Wenn du eine Skizze machst, dann bist du da sehr freihändig. Du passt gar nicht auf, du zeichnest einfach und das sieht meistens mega geil aus, also richtig gut und hat richtig viel Energie. Die Pose ist sehr dynamisch, viele Kurven und vielleicht ist die Hand so sehr weit vorgestreckt und dann tendieren wir dazu, die Linien zu machen und dann passen wir doch ein bisschen mehr auf und dann, ja, vielleicht war das doch zu viel, dann mache ich das ein bisschen runter und die Pose verliert immer mehr und immer mehr und vor allem, wenn du skizzierst und relativ dicke Skizzierungslinien hast, wie ich das habe oder beziehungsweise ich skizziere nicht in einer Linie, sondern ich mache so ein Kratzen, das heißt, ich mache so, so zeichne ich und das tendiert dazu, dass ich keine, also eigentlich verfehle ich komplett den Sinn der Skizze, ich habe nämlich gar keine Linie mehr, der ich nachfahren kann. Ich habe nur eine grobe Linie und was dann passiert ist, du musst dich ja entscheiden dann im Endeffekt zwischen dem äußersten oder dem innersten deiner groben Linie. Ja, aber wenn die halt fünf Pixel breit ist, dann... Genau und dann entscheidest du dich falsch und dann verlierst du die Dynamik in deinem Stück. Das heißt, da musst du auch schon, also allein schon bei der Skizze, so freihändig sollte man das gar nicht machen. Man sollte mit viel Vertrauen in seiner Hand eigentlich an diese Skizze reingehen. Also wenn ich, da gibt es jemanden, der heißt Sycra, das ist ein YouTuber, der sehr viel traditionelle Kunst beibringt und sehr viel Feedback gibt an seine YouTuber-Zuschauer und sowas und der redet auch immer davon, sobald er ein Piece, ein Art Piece vor sich hat von irgendeinem Zuschauer, dann sagt er direkt, I see immediately you don't have any trust in your lines. Also von Vertrauen in seinen eigenen Linien. Der sagt, ich sehe, dass du unsicher zeichnest und das erkennt der sofort. Das erkennt jemand, der viel Zeichenerfahrung, also so viel Zeichenerfahrung habe ich nicht, aber der erkennt dann sofort, du bist unsicher in deinen Linien, du musst mehr das machen, mehr das machen und du musst mehr Sicherheit daran bekommen, das zu zeichnen, was du zeichnen möchtest und da muss ich auf jeden Fall auch noch groß ansetzen und das verbessern. Ja, klar. Ich meine, das hat halt jeder. Also das finde ich, das sieht man auch sehr gut bei Kalligrafie. Da hast du ja Leute, die nehmen mit einem Strich, die machen ein paar Schwünge und haben dann gleich drei Buchstaben gezeichnet und noch einen Riesenkring und es sieht wirklich perfekt aus. Definitiv. Total harmonisch und die machen das in einem Schwung und die sind natürlich sicher, die wissen ganz genau, was sie machen, während ich dann dort sitzen würde, so ein Zentimeter malen, noch einen, oh nein, genau. Da bin ich nämlich auch. Also das mache ich bis heute noch und ich kenne natürlich viele Zeichner und Zeichnerinnen und da gibt es, wie gesagt, verschiedenste Sachen, wie die zeichnen. Diese Art von Skizzieren, Zeichnen, das machen oft Leute, die illustrieren möchten, die damit gleichzeitig schattieren. Also es gibt so ein Mischmasch zwischen Skizzieren und Schattieren und das machen oft Leute, die dann Porträts machen, also Straßenkünstler zum Beispiel machen das relativ viel. Wenn du da auf der Straße wen findest und sagst, mach mal ein Bild von mir und die verbinden das oft miteinander. Okay. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will auch Pixelart machen, was für Software kann man denn dann so benutzen? Die Welt ist riesig an Software, was du für Pixelart benutzen kannst. Ich würde tatsächlich, das klingt so blöd, aber ich würde tatsächlich sagen, wenn man gar keine Ahnung hat und man müsste es einfach mal ausprobieren, dann reicht schon MS Paint. Also du gehst in Microsoft, jeder Standard-Microsoft-Rechner hat das, einfach Paint eingeben und dann volle Kanne reinzoomen. Da gibt es dieses Zoom-Tool, volle Kanne reinzoomen, so dass ein paar 30, 40 Pixel, 50 Pixel, also was auf einem angenehm ist, da auf den Screen passen und dann einfach so mit dem Bleistift-Tool ein paar Pixel platzieren. Wer dann jetzt aber tatsächlich doch ein bisschen mehr möchte, da gibt es viele Ressourcen und Software auf Low-Spec, heißt die Webseite zum Beispiel. Da gibt es noch Pixiv, glaube ich, heißt das. Also da gibt es auch ganz viele Webseiten, wo man sich nicht mal was downloaden muss und dann hat man halt den Vorteil, dass man da nicht 100% reinkommitten muss. Man muss nicht sagen, ich möchte mir jetzt unbedingt was downloaden. Wer das dann aber ein bisschen ernster machen möchte und hier ist auch wirklich groß besagt, das Tool ist nicht das, was Pixelart macht, es ist nur das, was deinen Arbeitsablauf verschnellert oder verlangsamt. Das heißt, wer das jetzt schon ein bisschen gemacht hat, wäre meine persönliche Recommendation, der kann sich dann A-Spray nehmen. A-Spray kostet aber ein bisschen Geld, also es kostet ein Zehner. Also es ist gar nicht teuer im Gegensatz zu anderer Grafiksoftware. Ja, das ist ein Neuntel Webexporter von GameMaker. Ja, genau, richtig. Also es ist wirklich sehr, sehr billig, als aber auch die Leute mit Softwarekenntnissen können sich das komplett legal selbst kompilieren, auf denen ihr ein Git habt. Also A-Spray hat da wirklich ein wundervolles Schema und einen sehr coolen Discord. Aber wie gesagt, also dieses A-Spray, das bietet einem nur die Möglichkeit, den Arbeitsablauf zu verschnellern. Also man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, ja, mein Pixel-Art wird besser damit. Das ist genauso gut oder genauso schlecht oder was auch immer, wie wenn man das in MS Paint macht. Also man sollte dann schon das Vertrauen haben, wenn man da Geld reinsteckt, zu sagen, ja, das möchte ich auch weitermachen. Weil wäre es schade, wenn man da einen Zehner für nichts reinhaut. Wobei die A-Spray-Entwickler sich bestimmt freuen. Also so ist es ja nicht. Stimmt. Die haben ja auch eine echt tolle Software gemacht und entwickeln da auch konstant noch dran. Ah ja, okay. Aber das ist eine gute, ich habe jetzt gerade mal das Low-Spec hier. Da ist direkt wirklich ein Editor. Man kann hier einstellen, ich mache zum Beispiel 64x64 Pixel. Oh, man kann sogar eine Palette auswählen. Ich nehme jetzt mal Commodore 64. Great. Oh, und jetzt habe ich hier ganze, ich glaube, 16 Farben und kann jetzt hier Sachen malen. Wow. Genau. Low-Spec bietet richtig, richtig viel für Pixel-Artists. Das ist so meine Go-To-Ressource, wenn ich jemanden da für Pixel-Art weiterleiten würde. Du hast dann nämlich nicht nur die Software, diese Online-Software, wo du nichts downloaden musst, als aber auch eine riesige, riesige Datenbank an Ressourcen von anderen Leuten, Bildern, Tutorials, ein Forum. Es ist riesig. Also Low-Spec bietet da recht viel. Ich tatsächlich, als ich angefangen habe, habe es leider nicht benutzt, weil ich es dann noch nicht kannte oder ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es da schon gab. Ich habe keine Ahnung. Würde ich aber zurückgehen in dieser Zeit, würde ich das dem kleinen Sven, der Pixel-Art machen wollte, die Hand drücken und sagen, mach da, guck mal. Das ist nämlich echt klasse und da steckt viel Arbeit dahinter. Das sieht man direkt. Okay. Ich kann dir hier mal mein Werk schicken. Das bilden wir natürlich dann auch direkt als, geht das jetzt? Kann ich das mal schicken? Kommt direkt in den Shop. Kommt natürlich direkt rein. Wow. Also ich glaube, ich habe da auch Potenzial. Es ist wunderschön. Die Zunge, die Augen. Ich bin verliebt. Und gibt es so ein paar Sachen, die du während deiner Pixel-Art-Karriere gelernt hast, die du dir, der jüngeren Sven, als Tipp geben würdest. So, hier, mach das nicht. Oder mach das. So Tipps an Leute, die jetzt anfangen würden, meinst du? Ja, genau. Also dich selbst von vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so. Ja, ist schwer zu sagen. Also gut, wenn ich jetzt von mir selber rede, habe ich natürlich den Vorteil, zu sagen, ja, ich habe ja schon dieses kleine Fundament an Kunstwissen. Das ist jetzt natürlich noch mal was anderes, wenn man ganz von Anfang ansetzt. Ich habe jetzt auch schon in der Zeit, wo ich ja jetzt ein Game Jam damit gemacht habe, als aber auch schon viele Zeit vorher, schon oft Anfragen bekommen von Leuten, die nicht irgendwas in Auftrag geben möchten, sondern, hey, ich würde gerne Pixel-Art lernen. Ich habe noch keine Vorerfahrung, möchte aber gerne Pixel-Art machen, weil ich interessiere mich sehr für Retro. Was mega cool ist. Also ich freue mich da immer wieder. Aber das Ding ist halt, man sollte dann nicht zu viel erwarten. Das klingt jetzt mega demotivierend, aber Pixel-Art ist im Endeffekt nur eine minimale, also eine Minimalisierung von traditioneller Kunst. Das heißt nur, also wenn ich jetzt zum Beispiel in traditioneller Kunst keine Anatomie kann, dann ist das nicht so, dass ich es in Pixel-Art kann, weil da weniger Anatomie ist oder sowas. Man muss auf jeden Fall schon das Grundwissen haben, allgemein in Kunst, um das dann in Pixel-Art zu übersetzen, finde ich. Da gibt es natürlich auch wieder ganz viele Meinungen dazu. Wenn ich jetzt aber irgendjemanden, der anfangen wollen würde, Pixel-Art zu lernen, wirklich nur Pixel-Art zu lernen, dann würde ich sagen, limitiere die Farben, die benutzt werden, weil das ist ein ganz großer Anfängerfehler, viel zu viel Farben zu benutzen. Und in erster Linie geht man hin, ja mehr Farben, sieht doch cool aus. Aber ich finde gerade an Pixel-Art ist das Coole, dass du lernst, minimalistisch zu arbeiten und alles, was du dazu machst, ist ein cooles Extra. Das heißt, du setzt die Farben so effektiv ein, dass es gar nicht mehr braucht. Und dann hast du gelernt, dass die Farben so effektiv einzusetzen, dass wenn du tatsächlich mehr machst, es tatsächlich auch was dazu beiträgt. Denn das ist ein Fehler, den ich oft sehe, ist, man benutzt zwar mehr Farben, aber diese mehr Farben tragen nicht effektiv was dazu beiträgt. Man muss sich eigentlich bei jedem dunkleren Ton, bei jedem weiteren Schatten, den man hinzufügt, einen Gedanken dazu machen, ob der sein muss, ob man den braucht und ob der in dieser ganzen Komposition eine Auswirkung hat. Was ich dann auch noch oft gesehen habe, und das war auch ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ist viel zu groß zu arbeiten. Also lieber fällt man so ein bisschen zu klein aus und macht dann breiter, wenn man es braucht. Denn wenn du zu groß anfängst, dann erstmal kostet das sehr viel Zeit, dieses Stück fertig zu machen. Und ich finde gerade am Anfang ist es wichtig, viele Sachen zu machen. Ob die jetzt qualitativ ultra gut sind, lässt sich darüber streiten, aber man sollte einfach viele machen. Viel, viel Erfahrung aufbauen. Und umso größer du arbeitest, umso länger dauert das und somit stagniert dein Prozess so ein bisschen. Das heißt, ich würde echt so ein bisschen runtergehen. Also ganz, ganz klein ist wirklich so 16x16 ist so ein ganz gutes Maß. Das ist aber auch wirklich schon herausfordernd. Aber ich denke, so ein sehr gesundes Maß, wenn man anfangen möchte, ist so ein 32x32. Das ist immer noch so groß, dass ich die Pixel sehen kann, aber auch so klein, also beziehungsweise es ist so klein, dass ich die Pixel gut sehen kann. Es ist wirklich die Rechtecke und es ist so klein, dass ich wirklich herausfinden muss, wie ich diesen Bereich effektiv nutze. Und ich denke, wenn man das gelernt hat, dann kann man entweder größer oder kleiner werden. Und wenn man doch größer werden will mit seinem Bild, weil auf einmal hat er doch breitere Arme oder eine breitere Hüfte oder einen großen Kopf, dann kann man ja immer noch zur Seite vergrößern. So ist es ja nicht. Man ist da ja nicht gebunden an diese 32x32. Ich habe übrigens eine Idee, wenn Leute zu dir kommen und fragen, welchen Pixelart, dann könntest du ja einen Kurs anbieten und du bezahlst, du lässt dich bezahlen pro Pixel pro Frame. Du hast dann so einen Pixelpreis, 0,1 Cent pro Pixel und ein kleines Bild ist dann eben günstiger, aber wenn jemand will einen 256x256 mit 30 FPS, dann kostet das halt mehr, aber du lässt dich pro Pixel bezahlen. Ich fände das sympathisch. Tatsächlich gibt es ganz viele Ansätze von Leuten, die Commissions machen, wo der Preis in Relation zu der Größe wächst, logischerweise. Aber von pro Pixel habe ich auch noch nicht gehört. Ich würde pro Pixel, pro Frame, pro Farbe machen. Ah, das ist klasse. Das ist echt klasse. Ja, das schreibe ich mir auf. Aber genau, das fand ich nämlich gerade sehr gut. Du hast so ein paar Anfängerfehler jetzt schon aufgezählt. Gibt es noch andere vielleicht, die dir jetzt in den Sinn kommen? Also wenn du Sachen von anderen anguckst, wo du sagst, okay, ist gerade erst zwei Wochen drin, das sind so Fehler, die sollte man nicht machen. Auch vielleicht, also nicht nur technisch, im Sinne von Größe der Pixel und Zeitverschwendung, sondern auch vielleicht artistisch. Ja, dass du sagst, okay, die meisten Leute, weiß ich nicht, machen zum Beispiel immer nur schwarze Outlines und schwarze Outlines sind aber immer böse oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ich denke allgemein für Kunst, nicht nur für Pixelart, kann man sich merken, man sollte nicht davor zurückschrecken. Und das ist wirklich was, was ich weit in die Welt raushufen möchte. Referenz. Referenz nutzen ist nicht schlimm, im Gegenteil, wie sonst soll man sich eine innere Bibliothek, eine innere Bilderbibliothek aufbauen, wenn nicht mit Referenz. Also wenn ich jetzt einen Baum zeichnen möchte, dann ist es nicht verwerflich, auf Pixelartbäume zu gucken. Aber man sollte vielleicht erst mal anfangen, überhaupt Bäume anzuschauen. Das klingt jetzt so richtig flach, aber wenn ich sage jetzt einfach mal, ja, ein Kunde hat gesagt, hey, er möchte einen Baum haben, vielleicht so einen Kirschbaum, dann sollte ich nicht hingehen, direkt A-Sprite öffnen und irgendeinen Kirschbaum hinkritzeln. Ach, der war doch, das ist ein Stamm, so ein pinke Blätter, Abfahrt, PNG, abgeschickt, Geld bitte. Das ist vielleicht der falsche Ansatz. Dann sollte man sich wirklich hinsetzen und sagen, hey, okay, was hat nochmal so einen Kirschbaum, aus was besteht er nochmal? Hat er irgendwelche bestimmten Eigenschaften, im Gegensatz zu einem normalen Baum? Ich bin mir nicht sicher, komm, ich google doch mal Kirschbaum und dann gucke ich mir die ganzen Bilder an. Vielleicht mache ich mir auch tatsächlich so eine kleine Datei, wo ich coole Kirschbaum-Bilder reinspeichere. Die Kirschbaum-Bild-Bibliothek. Die Kirschbaum-Bild-Bibliothek und benutze die dann als Referenz, guck mal immer wieder so drüber hin, ja, passt das, sieht das so gut aus, sind das so die Farbwerte, die da drin vorkommen und das sollte man benutzen. Das ist nämlich so ein Riesenproblem in der Art-Industrie, dass Leute davor zögern, Referenzen zu benutzen, aus dem Grund, dass man Angst hat zu kopieren und da finde ich wirklich, da braucht man keine Angst haben. Da braucht man wirklich keine Angst haben, weil das Kopieren mit dem Aure alleine, das ist etwas, was Leute über Jahre antrainieren. Also wenn du so gut bist, dass dann am Ende wirklich ein 1 zu 1 das Baum rauskommt, dann bist du wirklich gut. Da brauchst du darüber auch keine Gedanken mehr machen. Nee, aber natürlich, also so ist es auch nicht, du sollst ja auch nicht 1 zu 1 das Ding versuchen abzuzeichnen, das ist es nicht, auf jeden Fall. Aber es geht hierbei wirklich darum, sich bestimmte Eigenschaften von dieser Sache zu merken. Oder wenn man zum Beispiel jetzt auf einen, das lässt sich ganz gut projizieren, auf Charakter zeichnen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine Berühmtheit zeichnen möchtest, dann würdest du gucken, ja, hat der eine sehr große Nase, hat der sehr große Augen, hat der sehr kleine Wimpern oder keine Ahnung, irgendwelche Eigenschaften, die diese Person wirklich ausmachen. Darauf achten und das dann versuchen, in dieses Grundstück zu implementieren. Und das ist so etwas, das man dann allgemein für jede Sache machen möchte. Nicht nur für Stillzeichnungen, als aber auch Animationen. Gucken, wie Sachen sich bewegen, gucken, wie Sachen auf andere Sachen reagieren und all diese Faktoren, das kann man aus dem Kopf nicht wissen, das geht nicht. Ja. Ja, also das ist eigentlich so der andere große Punkt, den ich hätte angesprochen. Also Referenz, dieses zu groß, zu viel Farben und Sachen, die ich jetzt schon oft gesehen habe, die Leute falsch gemacht haben, da geht es einfach wieder zurück auf einfach das Vorwissen nicht vorhanden. Großer Ausschlag auf Anatomie. Anatomie ist ein richtig, richtig, und ich kann es noch mal sagen, richtig schweres Thema. Ich habe viele, viele Monate nur mit Anatomie verbracht und ich würde nicht mal sagen, dass ich ein Prozent dort bin, wo ich sein wollen würde. Frauenanatomie ist so unterschiedlich zu Männeranatomie. Das eine wird wirklich kastig dargestellt, das andere ründlich. Der Aufbau ist komplett unterschiedlich. So x Köpfe passen auf den Körper drauf, manchmal sieben, manchmal sechs, manchmal acht, je nachdem, was für einen Zeichenstil du hast. Die Augen müssen genau dort und dort sein, in Relation zur Mondnase. Da muss genau so ein Finger breit sein dazwischen, aber auch wieder abhängig davon, wie, was für einen Kunststil du verfolgst. Und da geht es wirklich darum, man sollte die Regeln kennen, um sie dann brechen zu dürfen. Also natürlich sagt nichts dagegen, dass die Augen, wie jetzt zum Beispiel bei Anime aus Japan, riesengroß sind, so dass die Augenäpfel 90% des Hirns wegrücken würden. Eigentlich. Aber es ist so gut implementiert, dass es nicht so stark auffällt, beziehungsweise nicht negativ auffällt. Und da ist wirklich halt dieser Faktor von, ich muss die Regeln kennen, um sie dann brechen zu dürfen, in einem visuellen Style, der immer noch angenehm anzuschauen ist. Hast du schon mal, zum Beispiel jetzt, nur als Übersicht, zum Beispiel so einen Kirschbaum genommen, den einfach mal kleinskaliert und auf 64x64 angeguckt, um zum Beispiel zu gucken, okay, wie verhält sich denn jetzt ein Foto, wie verhält sich die Schattierung aus der Realität auf so kleinen Pixel und das dann vielleicht als Basis auch zu nehmen oder so? Macht das Sinn oder funktioniert das vielleicht gar nicht? Vor, ich glaube, einem halben Jahr gab es auf Twitter einen Post, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber auch ein sehr berühmter Pixel-Artist. Ich meine, es war Franek, also sehr, sehr berühmter Pixel-Artist mit mehreren tausenden Followern. Und der hat ein Video-Tutorial geschickt, wo er gesagt hat, hey guys, I found something crazy. Und er hat ein Croissant aus Google Images kopiert, runterskaliert und ein Edge-Ball eingefügt und dann nur noch verschönert, zusammengepackt, abgeschickt, also I made Pixel-Art, yay. Hm, selber hatte ich es noch nicht gemacht zu dem Punkt. Ich habe es dann ausprobiert und war so, boah, das ist crazy, es funktioniert. Aber das ist halt wieder dieses Ding von, man sollte nicht abzeichnen. Also, um es mal ausprobieren, um zu gucken, wie sich das verhält, absolut, aber ich finde, dann solltest du es nicht einpacken und sagen, das ist meins. Also, das ist genauso wie, wenn du Referenz benutzt, dann musst du dazu stehen und sagen, ja, das habe ich so und so und so und so gemacht, Original Image von dort und dort. Das ist ja wieder, da geht es ja wieder um Copyright und schlag mich tot. Aber klar, um mal zu gucken, wie sich das verhält, absolut. Ja, genau. Finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast mit den Referenzen. Ich hatte das auch sehr lange, dass ich irgendwie keine Referenzen benutzen wollte. Ich glaube, es war aber weniger wegen dem Kopierproblem, sondern es war, ich dachte, ein guter Artist muss doch alles aus dem Kopf zeichnen können, was natürlich Quatsch ist, aber woher soll das Wissen denn kommen, wenn man vorher nicht rauskommt? Und ich glaube, Marcel hat irgendwann mal so einen schlauen Satz gesagt, dass, warum sollte von dir erwartet werden können, dass zum Beispiel du einen Stein perfekt zeichnest, wo die Natur jahrhundertelang dran rumgeschliffen hat und dann wächst da noch jahrzehntelang ein schönes Moos lang und so und das sind ja ganz komplexe Vorgänge, die da passieren. Und warum sollst du das aus dem Kopf, ohne das vorher geübt zu haben, können? Also woher soll das denn kommen? Da bin ich ganz bei dir, als aber auch bei Marcel, seine Aussage. Natürlich, das stimmt. Wobei ich auch wieder hier hinzufügen muss, das ist auch gerade das mega Interessante, finde ich, an Kunst. Umso mehr verschiedene Sachen du zeichnest, mit denen du dich dann beschäftigen musst oder willst, um dieses Thema gut umzusetzen, umso ein größeres Spektrum an verschiedenen Themen darfst du damit auch kennenlernen. Das heißt, wie zum Beispiel, wie funktioniert der Körper an dem und dem Weg? Wie sind die Muskeln aufgebaut? Wie sind die Knochen aufgebaut? Wie wächst so ein Baum eigentlich? Was passiert da genau? Was für Faktoren spielen da mit rein? Also bei manchen Themen kann man sich das schon so ein bisschen verbunden und so ein bisschen verlieren, weil man da testweise oder Interesse halber für dieses Kunststück, für diese Zeichnung so ein bisschen nachgeschaut hat. Ich denke, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zum Anfang des Gesprächs, glaube ich, es ist auch immer die Frage, was das Ziel ist. Also ist das Projekt das Ziel oder ist das Learning das Ziel? Weil zum Beispiel jetzt bei deinem Game Jam Projekt könnte ich mir vorstellen, hey, einfach irgendeinen Baum nehmen, die Silhouette ab, wie heißt das, ab Pausen sozusagen, fertig, ja. Wäre für mich völlig okay, weil das Ziel ist, innerhalb von sehr kurzer Zeit ein cooles Projekt zu machen. Aber wenn ich halt wirklich mich interessiere dafür, wie Bäume funktionieren, dann gehe ich da vielleicht anders ran. Ich sage das nochmal, weil du das mit der Anatomie gerade gesagt hast, das hat mich gerade erinnert, dass wir damals bei der Games Academy, da war unter der Games Academy war ein Atelier, da haben die so richtig Skulpturen gebaut und so und da waren wir auch mal unten und diese Leute, die waren sehr, sehr gut, die können wirklich gut Anatomie und Skypen und so, also richtig Skypen, so mit, ja, Real World Seap Rush sozusagen und die hat aber dann trotzdem gesagt, ey, wenn ich zum Beispiel eine Figur machen muss, die einen Arm hochhält oder so, dann stelle ich mir da irgendwen hin, der einen Arm hochhält, weil diese ganze Schulterblatt-Thematik ist so kompliziert, dann, weil es ist auch eine Zeitersparnis, dann einfach zu sagen, okay, ich nehme da eine Referenz und dann haue ich das in den Stein mit meinem Meißel. Sicherlich könnte sie sich das auch erarbeiten mit Anatomie-Büchern oder so im Kopf oder kein Ahnung was, das dauert aber einfach länger. Absolut. Und du lernst es ja eigentlich auch so damit, gerade wenn du es dann, diese Person vor dir hast. Ja. Genau. Also, es ist einfach eine Zeitersparnis, also auch die Profis machen das halt. Es ist auch völlig okay und trotz dessen braucht man immer noch ein gutes artistisches Auge, um dann auch die eigene Arbeit prüfen zu können, ob die Referenz auch korrekt und gut übertragen wurde und so. Muss man ja auch erstmal ein Auge für entwickeln. und natürlich das ganze Handwerk in dem Fall den Stein oder so zu bearbeiten. Absolut, ja. Hauptsächlich beschäftige ich mich ja mit Pixel-Animation größtenteils, also privat. Und da herrscht dieses Stigma oder dieses Klischee, dass Animatoren die Sachen machen, die sie animieren. Und das stimmt auch. Also, das ist absolut so, dass wenn du zum Beispiel irgendjemanden, der winkt oder irgendeine komische Kremasse macht, dann machst du das meistens vor dem PC selber nach. Das stimmt, ja. Weil du dann einfach viel mehr drin bist. Das hilft dir extremst dabei. Das kommt einfach, ich weiß gar nicht, ob man sich irgendwann bewusst dafür entscheidet, ja, ich mach mich jetzt zum Affen. Aber irgendwann, irgendwann war das dann einfach so, dass man das gemacht hat und das hilft schon sehr. Auf jeden Fall. Oder halt Referenzen angucken auf winkendemännchen.de, um dann eben jemanden zu nehmen. Diese ganze Bewegungsapparat, die ganze Kunst, die ganze Anatomie, alles ist einfach unheimlich kompliziert und es ist kein Problem, sich davon inspirieren zu lassen oder eben davon zu lernen. Genau, solange man es nicht einfach eins zu eins kopiert und dann sagt, Picasso wegschrubbeln, Simon hinschreiben, so, jetzt ist es meins. Ja, genau. Aber das soll auch gar keinen abschrecken, das ist so komplex und sonst irgendwas. Es ist natürlich ein Riesenthema, aber genauso gut kann man sich auch in irgendeine Nische reinfinden und dort anfangen, damit das alles nicht so überwältigend ist. Also vielleicht fängt man gar nicht direkt mit den Animationen an, sondern macht einfach nur, keine Ahnung, man konzentriert sich auf Backgrounds, man konzentriert sich auf Charaktere, man konzentriert sich auf Tiere oder sowas. Ich zum Beispiel bin eine Niete, was Backgrounds angeht. Ich versuch's immer wieder mal und es ist gut besser geworden inzwischen, aber mein Gott. Also ich bin mehr in der Welt von Charakteranimationen und sowas, aber so ein Stillleben und Backgrounds zu machen, das fällt mir immer noch extremst schwer, vor allem, weil ich jemanden bin, der halt mit Linien skizziert und sowas und das hat bei Backgroundart normalerweise nichts zu suchen, weil du da viel mehr mit Flächen arbeitest. Also du arbeitest da viel mehr mit so einem großen Brush und dann arbeitest du die Details vielleicht im Nachhinein rein und da habe ich oft Probleme mit, das richtige Maß zu finden. Ich muss aber auch sagen, ich finde gerade die Anfängersachen können teilweise auch viel lustiger sein, vor allem Animationen. Also manchmal merke ich das, wenn ich so ganz schnell eine Animation mache, dann sieht das so ulkig aus. Ja. Die hätte ich nie so gemacht, hätte ich da ein bisschen mehr Arbeit reingestellt, aber gerade diese Spontanität und dann hast du da so einen lustigen, hüpfenden Fröch, der irgendwie ganz komisch aussieht, aber einfach zum Schreien komisch, eben durch diese fehlende Präzision. Dann kann ja auch ein Stil sein. Übrigens, wir sind schon bald am Ende, aber jetzt wollte ich noch mal ein Thema, weil wir gerade über Pixelart reden. Ich hatte mit dem Stefan Hövelbrink gesprochen, der macht Deaththrash. Sagst du das was? Nein, und nicht davon gehört tatsächlich. Das ist ein sehr cooles Spiel, auch im Pixelart-Stil. Und er beschreibt seinen Stil, aber weniger als Pixelart-Stil, sondern eher als, ich glaube, er beschreibt das eher als, jetzt müsste ich zusammenkriegen, als reduzierten Stil, der dazu anregen soll, dass dein Gehirn selbst die Lücken füllt sozusagen und der Fantasie noch ein bisschen freien Lauf lässt, weil die Figuren, die haben schon Detail, aber nicht zu viel, sodass du da auch selbst dir noch ein bisschen was reindenken kannst. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, über Pixelart nachzudenken, dass es eben ein Stil ist, der noch ein bisschen Platz für deine eigene Fantasie lässt. Absolut, ja. Also ich denke, das ist auch eine der Stärken von Pixelart. Ich glaube, ohne das wäre es gar nicht so mächtig, wie es ist. Also dieses Lückenfüllen, ich glaube, das ist gerade etwas, das ich dreifach und fünffach unterschreiben würde. Ich glaube, das macht gerade diesen Charme von Pixelart aus. Ich habe mich auch oft erwischt oder mich und andere dabei erwischt, wie wir auf Retro-Spiele, ich wünschte, ich hätte ein genaues, präzises Beispiel, wo wir irgendwelche Grafiken angeguckt haben oder irgendwelche Items, die man damals hatte und dann hat man gesagt, ah ja, das war so ein cooler Stock. Wie Stock? Ich dachte, das wäre eine Waffe. Und dann merkst du, dass das Leder so ein bisschen anders aufgreift, weil das nun mal halt so eine große Fläche für die Einbildung darbietet. Halt mega cool. Ich merke das jetzt vor allem bei den Remakes, wenn du dir nämlich die Diablo 2 Remake anguckst oder auch StarCraft, da ist es so, dass die neuen 3D-Modelle sind sehr detailliert und teilweise sind die Tiere oder die Viecher oder so ganz anders aus, als ich die mir vorgestellt hatte, wie ich sie in diesem Pixelbrei gesehen habe. Vor allem bei StarCraft ist mir das aufgefallen, bei den Zerg-Designs. Die waren ja gefühlt 3x3 Pixel. Da hast du dir dann deine eigene Fantasie gemacht und jetzt siehst du die modernen 3D-Modelle. Ach, so war das gedacht. Okay. Das ist ja interessant für mich. Findest du das besser oder findest du das schlechter? Ich überlege gerade. Das kommt aufs Design drauf an, glaube ich. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich irgendein Beispiel habe. Aber ich glaube, ich bin da relativ unentschieden, weil die Spiele auch in ihren Remakes aus derselben Perspektive und Kameradistanz passieren. Das heißt, auch wenn man ein bisschen mehr erkennt, ist das Erleben doch recht so wie früher. Das fällt vor allem auf, wenn man auf ArtStation rumhängt und die Modelle mal richtig aus der Nähe sieht. Vor allem die Diablo-Modelle jetzt. Da kannst du dir die richtig nahe angucken und denkst du, krass, wie detailliert die aussehen. Aber im Spiel sehen die trotzdem eigentlich so aus wie früher, weil die halt auch weit weg sind und so. Und man sieht die nie so nah wie bei ArtStation. Ja, genau. Da gehen die Details auch noch mal ein bisschen verloren wegen dem Zoom-Faktor. Genau. Und dann ist es fast schon wieder so wie früher. Also das ist ja die hohe Kunst, die Remakes so zu machen, dass sie aussehen, wie du denkst, dass es früher aussah. Ja, genau. Und vor allem bei dem Diablo 2 ist das sehr gut umgesetzt worden. Nur wenn man die Modelle dann mal aus der Nähe sieht, denken wir so, ach, da unten hängt da noch was dran. Okay, ach, interessant. Okay, die Krallen, die sind mir früher gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Würde ich es gar nicht so wertend sehen. Ja, genau. Und außerdem, ich meine, kam ja nichts dafür. Früher wurden ja auch schon Konzeptzeichnungen gemacht, die wahrscheinlich diese Details grob aufgezeigt haben. Und dann war das halt schon früher so angelegt, nur konnte vielleicht durch die wenigen Pixel noch nicht ganz so gut übertragen werden. Ja, das kann sehr gut sein. Ist schon okay. Na gut, hast du denn noch etwas, was du gerne loswerden würdest? Vielleicht Tipps, Tricks, Gedanken, die die Welt hören sollte? Hm. Ich denke, wir haben tatsächlich über die meisten Sachen geredet, so Anfängerfehler und Anfängertipps. Hm. Wenn das hier das Ende ist, dann würde ich mich auf jeden Fall erst mal bei dir bedanken für die Möglichkeit, hierher zu kommen. Sehr gerne. Das ist echt klasse. Riesendank an Gamer Republic, als aber auch an den Andi und an den Bobo. Genau, Mana Soup. Mana Soup, genau. Das war echt ein toller Game Jam und ich muss sagen, die Community dort ist sehr toll, sehr, sehr nette Leute. Und einen großen Dank an meine Familie und meine Freundin. Die, vor allem meine Freundin, die meinen Scheiß da mitmacht, wenn ich da stundenlang vom PC hocke und irgendwelche Spiele produziere. Ja, nee, aber sonst habe ich gar nichts mehr so wirklich zu sagen. Als aber auch, nee, warte, das ist ja auch noch ein großes Ding. Game Dev Saar, falls dir das was sagt, falls du die Leute von dort kennst. Die sind auch klasse Community. Dort habe ich mich auch relativ schnell eingefunden, weil ich halt aus dem Saarland kam. Wir haben auch einen sehr netten, sehr willkommenen Discord mit dem Julian von DigiTales und von Radical Fish Games. Sehr nette Leute. Ah, okay. Wird natürlich auch verlinkt. Sehr gut. Cool. Ja, dann du, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu plaudern. Das war ein sehr schöner Ausschwiff in die Welt des Game Gems, aber auch mal so richtig über Traditional Art zu reden und so. Das war auch sehr schön. Das machen wir gar nicht so oft. Also wenn, dann geht es vielleicht eher so um die Digitale, aber das mal so in einem, in einer Runde, ich habe gerade Autorennen vor Gesicht, richtig, ich weiß nicht warum, aber ich nehme mir gerade vor, wir sind so mit so einem Auto auf so einer ovalen Rennstrecke rumgefahren und da waren dann so Themen wie Pixel Art und Themen wie Traditional Art und das war ganz schön. Das war alles mal in einer Runde so. Ja, das kreift auch alles so ein bisschen ineinander. Genau. Cool. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg für deine Ausbildung und ich hoffe, dass wir dich dann vielleicht auch mal in der Spielindustrie irgendwie sehen oder im Indie-Bereich. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was da auf uns und dich zukommt. Ich bin auch sehr gespannt, auf jeden Fall. Ja, viel Erfolg, was auch immer es sein wird und ja, hoffentlich bis bald. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ciao, ciao.